Wildcats So, wir sehen könnt die neue Kamera ist angekommen So sieht der Raum aus So sieht Torga aus und wir haben jetzt die zweite Episode hier Live von dem Format, für das wir immer noch keinen Namen haben und deshalb habe ich hier dieses Intro vorbereitet. Ich habe euch das noch nicht gezeigt, oder? Nein Genau Ich finde mich auch sehr süß Keine Ahnung Du bist ja auch ein süßer Typ Aber ich finde auch, man ist irgendwo angekommen im Leben, wenn man so ein eigenes Intro mit 80s Rock Music hat, oder? Ja, zumal es in den 90ern geboren wurde Ich bin in den 80ern noch geboren Also ganz knapp Du bist ein 80er-Modell Ich bin ein 80er-Modell Wir sind sehr selten heutzutage Zumindest in diesem Business Und jetzt kommt die nächste Bombe, nachdem ich ja letztens schon erzählt habe, wie mein Middle Name ist und ich will ja eigentlich gar nicht so viele private Sachen erzählen aber ich bin ja noch in der DDR geboren Du bist in der DDR geboren? Irgendwann wird man dich mal als fossil in ein Museum Quasi, also meine Geburtsurkunde hat noch Hammer und Sichel drauf Ernsthaft? Ja, das ist wirklich Da muss ich jetzt was reinhauen, wo ich mich richtig kaputt gelacht habe Meine Patentante wurde richtig gedisst von jemandem und die Person hat gesagt Sei du ruhig Du bist vor dem Mauerfall geboren Und die hat sich so kaputt gelacht und das fand ich auch witzig Weil die ist irgendwie 35 oder so Die ist zu antikettiert Die hat keine Mitsprache Die ist zu alt Sei ruhig Du bist vor dem Mauerfall Das war so between the lines so ein Okay-Boomer Ja Die wurde ge-Okay-Boomert Ja, ja Okay Die heutige DDR würde ja mit Tastatur und Maus und nicht mit Hammer und Sichel symbolisiert werden Würde ich mal meinen The Digital Democratic Republic of Germany Hey, hey, hey Das ist ein sehr guter Name eigentlich Oder? Ja, digital und demokratisch Dann haben wir die Grundwerte ja fast schon getroffen Die EU wurde ja als Montan-Union gegründet Du bekennst dich ja sehr gut aus mit der Geschichte, Mathieu Da können wir ja nochmal einen Exkurs gleich machen zur EU-Geschichte Aber ich wollte nur sagen, Montan-Union, Digital-Union Davon träumen ja eigentlich alle Eigentlich müsste das ja der Next Step sein Im digitalen Raum kommen wir alle zusammen Stimmt Aber wir scheiden uns auch voneinander dort Apropos digitaler Raum So sieht er aus Der digitale Raum Das ist der analoge Raum Der digital hier repräsentiert wird Für euch Ja Dickes, dickes Es ist richtig gemütlich hier geworden, muss ich sagen Ich habe noch nichts zu trinken Das ist nichts zu trinken? Ja Sollen wir mal anfangen hier mit der Hunde-Stripp Oh, jetzt schon? Ja, komm, kleiner Operativ Montags ist ja Schnappstag, wie man weiß Dem Chef gefällt das Tampo hier auf der Auge Der müsste hier noch Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so ein Schnappeser Der Chef hat jetzt Feierabend Okay, gut Also Chef, ich schenke dir mal einen Gibt es noch eine Geschichte zu den Gläsern? Kann man die irgendwie in die Kamera zeigen? Der Zeig Hier, eine hier Das sind Don Julio Gläser Hier ist noch ein größeres Das wird nachher mein Das ist so eine Matruschka Wo wir schon bei DDR waren Ja, ja, ja Ost-Osteuropa Da kommen die Erinnerungen hoch Hast du? Ah Ne, das was Ivan da hat Das sind die Sake-Gläser Chinesische Sake-Gläser Also wir haben hier einmal die Don Julio Familie Quasi Und Sake-Gläser Das ist ja auch Crossover beim Schnaps Also Ich mach mal voll Ist das auch ein Schopflass? Ja Keine halben Sachen Aber ist es eine Luxemburger? Ivan, ich wollte dich noch fragen Wie ist eigentlich dein Spitzname heute? Ah, danke Non-Existent Non-Existent Das ist ein interessanter Name Ja Oder? Torga, du nimmst den Zuschauern Ihre Aufgabe hier schon vorweg Ich glaube, ich würde das sehr gut finden Weil Ich traue Weil wir schon bei Demokratie sind Könnten wir unter Zuschauern Demokratisch einen Namen für Ivan wählen Spitzname 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 Nein Ja Das war ein Zeichen Ich deute das als Omen Dafür, dass es eine sehr gute Idee war Der Redaktion hat das gefallen Gott liegt dir Also da muss man sagen Auch nochmal Shoutout An die fleißigen Mitarbeiter Noch im Hintergrund An Beats Von unserem Kollektiv Von unserem Team Der übrigens nächste Woche Auch dabei sein wird Weil am Ende der Sendung Fliegt einer raus Wir wissen zwar noch nicht wieso Aber einer wird rausfliegen Und wird nächstes Mal Dann durch Beats ersetzt werden Der Schwächste fliegt Also Mathieu Wie man sieht Die ersten werden die letzten sein Wie man so schön sagt Aber Mathieu Nur die Haken kommen in den Garten Mathieu müsst ihr mal ein bisschen mehr trainieren gehen eigentlich oder Ja ich bin seit drei Monaten hier auf Trainingsentzug Ja Corona bedingt aber Sieht man extrem Zeigt mal die Muckis Ich bin kein Poser Flex doch mal Ich möchte sehr gerne meine intellektuellen Qualitäten hier zur Galtung bringen Aber wenn ihr nur an meinen Muckis interessiert seid Dann hey Was auch immer euch glücklich macht Mathieu Du weißt wie die Welt tickt Ja Immerhin Immerhin weiß man das jetzt Immerhin weiß man das Okay aber was ist Okay Trinken wir jetzt die Shots zuerst Erst wenn wir einen Spitznamen haben Also sollen wir einen vorschlagen Und die Zuschauer wählen Weil man muss ja In der Demokratie Hast du ja die Wahl Das muss ja wirklich so sein Ja Oder Also Ja aber nie die freie Wahl Du willst ja nie die Vorschläge Genau Wenn es wieder in der DDR ist Dann schlagen wir jetzt zwei Sachen vor Und eins ist schon vorab mit 99,3% gewählt Oder wir installieren Kameras im Wahlbezirk hier Und dann wird das Diese Scheinfreiheit bei der Wahl Aber ich mag keine Scheinfreiheit Ich mag richtige Freude Echte Freude Okay Möchte ich, dass die Zuschauer hier Wie gesagt In der Comments-Sektion Wirst du Perlen sehen Die brillantesten Namen Die uns jetzt überhaupt nicht einfallen würden Also du bist mehr für Kreation Anstatt für Demokratischer Kreationsprozess Demokratischer Kreationsprozess Bitte Das fasst du doch gut zusammen Also Ivan Kein Spitznamen heute für dich Heute nicht Die Freiheit Auf die Freiheit Auf wen Auf freiheitliche Kreation Freiheitliche Kreation Freiheitliche Demokratische Kreation Demokratische Werte Demokratische Werte Ich ziehe aufs Mikrofon kippen Wir sind übrigens alle Anderthalb Meter voneinander entfernt Und über 18 Ich wollte es gerade sagen Und volljährig Wollte ich dir mal gesagt haben Ja Prost Prost Und was haben wir getrunken Hier nochmal Schnellzeichen Oder? Hündestrip Luxemburger Genau Eine Luxemburger Spezialität Ich weiß gar nicht Gibt es das sonst noch? Irgendwo? Ich muss ja auch sagen Es ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt Den wir auch nochmal in dieser Episode Klarifizieren wollten Warum sprechen wir eigentlich Deutsch Wenn wir eigentlich in Luxemburg sitzen Können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen Aber ganz kurz Um das nochmal zu framen Meine Aufgabe als Hier hinzugezogen ist Ja trotzdem auch so ein bisschen In meinem Heimatland Also der DDR Oder eigentlich nein Natürlich der Bundesrepublik Deutschland Ein bisschen Werbung zu machen Für Luxemburg Weil ich muss sagen Ich bin ja Samergo glaube ich In der letzten Episode Hatte ich das vielleicht schon erwähnt Seit etwas über fünf Jahren hier Viel gelernt fürs Leben Und viel über Europa gelernt auch Viel über mein eigenes Heimatland gelernt Und eine der Sachen Die ich auf jeden Fall in Deutschland Vermissen würde Würde ich jetzt wieder nach Deutschland zurückziehen Wäre das auf jeden Fall Luxemburgischer Honigschnapps Also das zeige ich nochmal in die Kamera Weil das ist jetzt der springende Punkt Das ist ein Eigentlich ein Wie sagt man Potenzieller Exportschlager Der aber bisher noch gar nicht richtig Glaube ich Recognition bekommen hat Ich kenne das nur von dir Ich kenne das auch von dir Dann lass uns das exportieren Oder Business Podcast Idea Creation Haben wir in unserem Thema Perfekt Dann sind wir fertig für heute oder In der Comment-Suction Wir finden bestimmt noch einen Vertreiber hier Ja Und das ist ja auch die perfekte Melange Also wir können jetzt direkt mal Werbung machen Fürs Oktoberfest Ja Wir machen Also luxemburgischen Honigschnapps Von Melis Diese Episode gesponsert By the way Also einer von Ich weiß nicht wie viele Anbieter es hier gibt Es gibt ja so ein paar richtige Craft-Anbieter Die so das im eigenen Garten machen Und halt auch ein paar größere Ich glaube das ist ein größerer Und also Honigschnapps Und Deutsches Bier Spaten Spaten Das ist übrigens aus München Das ist aus München Also in München müsste man eigentlich Das kombinieren oder Beim Oktoberfest müsste es einen luxemburgischen Stand geben Weil die Luxemburger So machst du nicht den Testversuch Ich wollte das gerade sagen Hau mal einen Schnaps da rein Da rein Boah Das ist doch geil Okay Aber dann müssen wir dazu Das musst du auch liefern Aber man muss da eine Sache dazu sagen Es ist ja so ein bisschen Ein Wolfs- und Schafspelz Das ist ja ein Spaten steht drauf aus München Aber es ist ja was drin Mathieu Welches Bier nochmal Dürfen wir das verraten Ja Wir sind hier ehrlich Ich muss euch da kurz bremsen Weil es gibt eigentlich nur eine Biermarke Die wir hier in der Sendung promoten werden Und das ist die von meinem Freund Pitt Ah ja Natürlich Die trinken wir auch Also genau Deswegen Es ist zwar ein Münchner Glas Aber es ist Foxbier da drauf Wir haben leider kein Fox-Mars-Glas bekommen Das kommt aber noch Ja Nächste Business-Idea Creation Nummer zwei Wir schicken die Invoice dann Wir brauchen einen Lux Ja auf jeden Fall Wir nehmen Finders-Fee und so weiter Admin-Fee und wie das alles heißt Also Deals werden geclosed hier am Tisch Prost darauf Prost darauf ihr Freunde Der Sonne Der Sonne Der Demokratie Der Freiheit Das war deine falsche Entscheidung Du kleiner Sportler Wow Da kam ja auch nix hier Da ist das Soundboard hier Wow Genau das wollte ich mir gerade sagen Beats der Soundboard Master Der hat hier Wie letztens als du da irgendwie Wow 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 Gemacht hast Ich hab noch ein paar Also da muss ich euch auch noch ein bisschen jetzt was erklären Wow Also wir haben zum Beispiel den Sound hier Hey listen Das ist wenn der Moderator was zu sagen hat Ah okay Wenn es ein Problem irgendwie gibt Dann hier der blaue Das ist sofort der erste Button Okay Das ist übrigens aus Zelda Das hast du jetzt so komisch geguckt Ich hab gerade überlegt ob noch mehr kommt Aber ne Okay man merkt Okay ich bin Ich hab kein Zelda gespielt Die 80er Ja So relaxed seid nach dem Sound von vorher Ich Ich komm noch nicht Ich mach ihn noch mal Ich mach ihn noch mal für dich Ivan Das war deine falsche Entscheidung Du kleiner Spotsfreund Das ist gut ja Das Ding ist Ich seh den Typen schon vor mir Ja Wir sind hier unter dem Tisch Wo ist der? Das ist Teddy Das war Teddy Das war Teddy Okay Du hast ihn richtig gut gedroppt Ich hab noch ein paar Aber ich weiß nicht Ob ich die schon hatte Ne ne Hebt dir was auf Hebt dir was auf Wir könnten so einen spontanen Kuntus machen Wer kann genauso klingen wie Teddy Oder wer kann ihn am besten nachahmen Ich hab hier ein kleines Problem So Oh hier haben wir Das erste technische Problem Das ist das technische Problem Wo ist die Karte? Ach nee Das kann ja nicht sein Das darf nicht vorkommen Hans du es festhalten Ich drehe Oder ich Gleich wieder da Nach einer kurzen Werbe-Pause Genau nach einer kurzen Werbe-Unterbrechung Ich spiele irgendeine Musik Moment Ah hier Unser Intro Spiele ich Also das zweite Intro Ne ist die Pizza jetzt schon da Moment Das hat geklingelt Ich glaub das ist der Hausmeister Ne Plötzlich Ich bin in der Hausordnung Keine Podcasts auf Drehst du Also Spielst du jetzt weiter ab Oder Ja ich raus Ja okay Schon gut so Ist ja ein Freestyle-Cast hier Danke dass Sie mit dranbleiben Ähm Wir schätzen ihre Zeit sehr Kennt ihr diese Nach dieser Also Kennt ihr diese Diese Du hast gefragt Kennt ihr diese Die kennt ihr diese Diese legendäre Szene aus dem Jahr Ich glaub 1997 oder 1998 Als Radiotelevision Ach ja okay Aber hast du ja vielleicht nochmal In den Highlights gesehen Irgendwann im Rückblick Boah Ähm Also es gab mal Die Champions League Auf der deutschen Version von RTL Wurde mal ein Spiel gezeigt Ich glaub Borussia Dortmund Gegen Real Madrid Und da haben Fans Irgendwie so Die waren sehr euphorisch Und da ist dann Ein Tor Umgefallen Vielen Dank Ein Tor ist umgefallen Ja da ist ein Tor Da ist ein Tor gefallen Das war der Gag dann damals Gefallen oder umgefallen Na umgefallen richtig Also es ist kein Tor gefallen Ich glaub später ist noch ein Tor gefallen Aber es ist wirklich kaputt Also umgestürzt Vielen Dank Das Tor ist umgestürzt Und ähm Und dann musste Ich glaub das war damals Günther Jauch Und der musste dann irgendwie Anderthalb Stunden Unterbrechung überbrücken Mit lustigen Kommentaren und so weiter Stimmt Da gab es so War eine Sternstunde des deutschen Fernsees Auf jeden Fall Wow Die haben dann zwar Ich glaub ich schon Werbung gemacht Aber irgendwas Aber er hat ganz viel Slapstick Comedy machen müssen Für die Leute Die ähm Jetzt sich wundern Warum dieser komische Typ hier Keine Pizza hat Ja ich wurde einfach Vergessen Ivan muss ich die noch verdienen Ja Kutsch Nein Du bekommst die Pizza Ich hab schon vorher gegessen Komischer Typ Mag sein Hier ist keiner komisch Du kannst aber gerne ein Stück abhaben Wenn du einen zweiten Nee 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 danke So Abendhunger hast Wie nennt man das Ja gerne Wenn du von jedem ein Stück bekommst Dann hast du schon fast eine ganze Pizza Ich mein es gibt ja ein zweites Frühstück Sagt man ja so im deutschen Morgens So ne So wenn man irgendwann so ganz früh was isst Und dann nochmal irgendwie um Konterbier meinst du? Zehn Kannst du haben ja Aber Abensiliger Humor Ivan Abensiliger Humor Genau Immer diese Darf ich hier rangehen Alkoholwitze Darf ich Als ob Ja komm Ne die Auf jeden Fall Gibt es aber ein zweites Dinner Gute Nüsse Gibt es sowas in Luxemburg Ein zweites Dinner Okay Nicht Volles Dünner gibt es immer Gibt es immer Aber her einen Snack Oder sowas in der A Ja Good people eat Good nuts Das stand schon Also bin ich eigentlich nur Das ist von Konfuzius oder? Das ist Lautze Lautze Du kannst die Geschichten Nicht einfach hier durcheinander werden Nicht von den Schirmen Das stimmt Okay Mathieu Wollen wir da kurz Product Placement on point Oh ja Zeig Du hast die Kamera Die Kamera Da ist es Verpasst es ein bisschen Sehr gut Recht Machen wir auch da nochmal ein Shoutout Oder Für die Nuts Für die Nuts Oder für die Pizza Wen müssen wir noch loben Hier eigentlich Dass sie uns unterstützen Den lieben Gott Also die Pizza ist von Com 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 à la Maison Com à la Maison Com à la Maison Eine der besseren Pizzen hier im Eck Das ist ein bisschen verwirrend Weil Comer ja auch Essen Also auf Spanisch Com à la Maison ASMR Oder Ja Ist auch included Ich weiß gar nicht Ist das Boah Das ist bestimmt richtig geil Soll ich mich wegdrehen Hört nichts oder Ne Warte Warte Ich nehme die alle Warte Hört man mich nicht mehr oder Warte Ja Hört sich gut Schmeckt auch gut Das klingt so wunderbar Oh Aha Special Das war auch ein Sound Hier auf dem Keyboard Ich wollte mit dir mithalten Das ist sehr gut gemacht Aber Ich dachte ich kann Auch erst mal Das kam hier aus dem Roadcaster Man merkt aber Dass die Kopfhörer verdammt Gut sind oder Man merkt es wirklich Das kam von Drei Limos Ja echt so Hier ist die Qualität Überall Also das ist eh auch Nochmal Ein großer Schnaps Der Raum Das Mikrofon Die Menschen Die Menschen Da weiß man gar nicht Wohin gucken Das ist Ja genau Von lauter Qualität Weiß man schon gar nicht mehr Wo der Wald ist Ja Aber ich muss sagen Das ist einer der Dinge Die mir auch als allererstes Aufgefallen ist Waren deine Haare Als ich Das erste Mal in Luxemburg war Oder eigentlich das zweite Mal Genau genommen Aber das erste Mal als erwachsener Mensch Das war 2014 Ne 2014 Da ist mir aufgefallen Da bin ich mit dem Taxi vom Flughafen Zu meiner finalen Destination gefahren Ja genau Okay das schön Schön gesehen Kleine Randnotiz So 10 Minuten Taxi Kosten 40 Euro In Luxemburg Du bist in Luxemburg Taxi gefahren Das habe ich noch nicht gemacht Ich bin in Luxemburg Da war ich noch armer Student Das ist Deutscher Das war Ne und dann habe ich mir gleich gedacht Ja uh Ich habe ihn auch gefragt Also immer mal im gebrochenen Französisch damals Obwohl es ein portugiesischer Taxifahrer war Muss man auch erwähnen In Luxemburg gibt es sehr viele Portugiesen Und die fahren oft Taxi Und ja Dann habe ich mit ihm Französisch gesprochen Und er meinte Ja das ist hier normal Das ist hier der Airport Das Airport Premium quasi Was man zahlt Airport 4 40 Euro für 10 Minuten Aber egal Ich habe es überlebt Bin ja noch hier Aber was ich sagen wollte Ich bin dann Also ich Luxemburg spaziert Und da ist mir erstmal aufgefallen Dass überall nur Weil wir gerade von guter Qualität gesprochen haben Also qualitativ hochwertige Autos rumgefahren sind Also wirklich Deutsche Autos oder wie Ja viele Deutsche Warte mal Warte mal bis du mein Auto siehst Was für ein Fabrikat fährst du denn Für wen können wir noch Werbung machen jetzt Ich mache eine kleine Klammer auf Aber ich habe eine coole Story Also ich mache in Berlin war Ja Ich habe in Berlin gelebt Wir haben fünf Jahre Und da habe ich in der Wachschauer Straße eine wunderbare Anzeige gesehen Von Volvo Und Der Inhalt dieser Anzeige war Und das fand ich so genial Weil man muss wissen Friedrich sein Sehr hip Und hier und da Und Volvo hat als Slogan dann tatsächlich gewählt Tired of German Techno Twice some Swedish Metal Wow Das fand ich genial einfach Ist genial Das ist genial Aber das ist dann schon wieder Auf so vielen Ebenen Das ist dann zu genial Das kommt in Berlin dann gar nicht gut an Dann denkt man sich Boah was war das denn für ein langweiliger Marketer Aber genau diese Leute willst du erreichen Genau diese Leute willst du erreichen Die denken Boah ist das langweilig Weil die willst du dann so You gotta piss them off to convert them Oder wie Die sind diese ohne jemanden zu beleidigen zu wollen Das ist Ich verstehe das nicht Torge Das Einzige was da zählt Ist dass der Hipster als Techno-Liebhaber erkannt wurde Das reicht schon Das reicht schon Also bin ich ein Hipster Keine Ahnung ob du dich angesprochen fühlst mit dem Begriff Aber eventuell Wir sind alle ein bisschen Hipster würde ich sagen Oder Juppies Oder Juppies Was sind denn Juppies Oh das ist eine typische Frage Wenn man nach 1990 geboren wurde Oder nach 95 nicht Spaß Das ist das Gegenteil von einem Hippie Ja Das ist eigentlich eher so der Das Gegenteil von einem Hippie Ja Ja Okay Das müsst ihr jetzt erklären Das ist interessant Also Juppie kam glaube ich aus den 80ern Der Begriff würde ich behaupten Irgendwann Früher 80er wahrscheinlich Ist das Deutsch Wo ist das Eher Englisch Eher schon Juppie Ja Und das sind so Leute Die irgendwie in Manhattan Stocktrader waren Und irgendwie So wie Hast du mal Habt ihr den Film gesehen Damals Wall Street Diesen alten Original mit Michael Douglas Ich hab den gesehen Guter Film oder Ja Anschauen Wer ihn nicht gesehen hat Lernt man viel über den Zustand Der heutigen Welt Auch von damals In der Retrospektive Und ja Lange Rede Kurzer Sinn Juppies sind Leute Die irgendwie mit irgendwas Sehr viel Geld verdienen Und einen sehr extravaganten Lifestyle leben Schon in den 30ern Sagen wir es mal so Schon in den 30ern Das wurde jetzt schon ein bisschen An Hippie angelegt Weil das ja schon fast Bisschen ja Ist ja quasi die Counterculture Genau Und immer so on the edge To the future sozusagen Ah Self-Optimization Self-Realization Genau Juppie Und das vor allem Ja im kapitalistischen Arbeitsumfeld Fällt sich spannend Aber ich glaube Wir sind alle Juppies hier Auf jeden Fall Wie heißt Das Nicht Karikatur Sondern Parodie Nee wenn du Maskott schnachst Okay Maskott Oder Logo von Kaktus Der heißt Juppie Echt? Boom Okay Das ist Jetzt schließt Weißt du wieso 120% Weil wir alle Juppies sind Und das keiner merkt Das ist ja ja so Ja Juppie Du kannst Wasser ruhig Wasser nennen Ja Wahnsinn oder? Tautologie Ja Echt Ja deswegen okay Wahnsinn Aber gut beobachtet Ich hatte vorhin So eine Nuss im Hals Ich habe die nicht mehr runtergestockt bekommen Deswegen Es war ein bisschen Schwer das auszudrücken Oder Ich wusste nicht was machen Ist da ein Warnhinweis Auf der Packung? Nee Ich könnte die jetzt verklagen Wahrscheinlich In Amerika ja Da musst du aufpassen Choking Hazard Chew before you swallow Chewbacca Oh haben wir einen Chewbacca Sound Auf dem Soundboard? Nee Ich glaube nicht Mathieu ich kann mir vorstellen Du kaltest super Chewbacca Nein Ivan macht ihn gut in Chewbacca Er hat jetzt eben schon Die Mimik gehabt Ich glaube Wir haben einen geborenen Chewbacca Und ich glaube Sogar Chewbacca Wäre auch ein Anwärter Für Ivans neuen Spitznamen Uh Chewbacca heute Tut mir leid Aber das scheint gut zu passen It's a done deal It's a done deal Amen Und dann hätte er auch Seinen eigenen Spitznamen gewählt Das hätte ja auch schon was Einen sehr ironischen Subtext hier Also das wäre schon Richtig dreist Lass uns jetzt mal wieder zurück zum Thema kommen Moment Ich muss da noch einen anderen Soundeffekt Den ich jetzt hätte zeigen können Muss ich hier noch zeigen Das war dramatisch Also wenn ihr findet Dass Chewbacca Ein guter Name für Ivan wäre Dann kommentiert das Spitznamen Nicht Namen Ich halte ja ihr aus Spitznamen Nein du musst dich umbenennen danach Wenn das passiert ist Du hast deine Taufe Ivan Das ist nicht nur ein Spitznamen Ivan Chewbacca Du weißt es Ivan wie viel Dein richtiger Name wird zu deinem Spitznamen Aber das hier ist deine Feuertaufe Wie viel Geld müssten wir einsammeln Via Crowdfunding Dass du dir ein Chewbacca Tattoo machen lässt Boah Chewbacca Tattoo Er hat schon eins Zeig mal Ne Chewbacca wäre schon Ne Nicht? Ne Was war es dann Wenn du jetzt ein Tattoo machen müsstest Jetzt sofort Oder irgendwann Aber du musst ein Tattoo machen Was würdest du machen? Jetzt sofort Aber jetzt sofort wäre am besten Wenn jetzt einer hier reinkommt Der dich tätowiert Irgendwas Was keiner versteht Nur ich So eine sehr kryptische Botschaft Ich wollte sagen Es öffnet jetzt eigentlich die Tür Das bietet Raum Um das jetzt mal zu exploren Das ist immer das Klischee So Das bedeutungsvolle Tattoo Wo ist das? Ja muss ja nicht bedeutungsvoll sein Das kann ja irgendwas sein Und ich kann ja sagen Das ist bedeutungsvoll Also für manche Leute Ist ja irgendwie ein Dreieck bedeutungsvoll Natürlich Für Alchemisten war es auch Der Fall Aber heutzutage Ich bin ja ein Juppie Nur weil das so minimal Und irgendwie So eine einfache Abstrakte geometrische Form Hat er heute schon Diese Ente Wo ist die Ente? So viel Ansehung Ich wollte was anderes machen Oh Wo ist die Ente? Wo ist sie? Wait Hey Okay der Moderator Mott hier Ein bisschen besser aufpassen Ins Mikro zu sprechen Ja okay Du hast manchmal die Tendenz Genau Neben dem Mikro zu reden Mir ist eine Schraube runtergefallen So eine Schraube locker Ich hoffe Echt? Aber hält ja noch Ich wollte irgendwas sagen Was hast du vorhin gesagt? Das war wichtig Ab ein Dreieck bedeutungsvoll für dich Als Tattoo Achso irgendwas anderes Egal Chewbacca Tattoo Du musst Ich wollte eine Megapointe hitten Aber irgendwie habe ich es selber Was dir was ganz tiefgehend Was bedeutet Wo du das weißt Deine Facebook ID Die kannst nur du haben Also ich kann jetzt mal hier Ein kleines kryptisches Rätsel Machen Das war's Okay Lass mich ganz schnell ausreden Merkt ihr Sehr guter Freund von mir In Luxemburg Ich werde den Namen jetzt nicht verraten Aber der hat einen Betonmischer Als sein allererstes Tattoo bekommen Weil das eine Bedeutung für ihn hat Und wer er rät Um welche Person es sich handelt Von den Zuschauern Wer das in die Comments-Section macht Der kriegt von uns Ein großartiges Free-Give-Away Von Das überlegen wir uns noch Wenn ihr wisst Wer in Luxemburg mit einem Betonmischer Auf der Haut rumrennt Meldet euch Arbeitet der auf dem Bau? Nein Das ist ja wirklich sehr kryptisch Wie soll unser deutsches Publikum Oder unser österreichisches Publikum Sowas erraten? Die deutsche Minderheit in Belgien Wie sollen die das erraten? Ja eben Wir waren doch für Demokratie Wo sind die Werte hin? Sind wir knapp ein paar Minuten Hier im Podcast Kennt jemand Ralph von Simpsons? Mhm Als wir die Ente laufen lassen Immer wenn wir die Ente laufen Habe ich Ralph im Kopf Der sagt Ente, 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 Ente Ego in dem Moment hat mich sehr verletzt gefühlt. Und wenn ich das Wort heute noch lese, dann liest du noch immer Entente. Entente. Okay, das ist wirklich witzig. Enten sind tolle Tiere. Ich habe heute gelesen, nee, nicht gelesen, auf TikTok habe ich das gesehen. Ja, da liest man viel. Das ist ja das moderne Lesen. Ich habe heute in der Zeitung gelesen. Ja, es müssen Enten gewesen sein. Das sind die ultimativen Tiere. Ihr könnt schwimmen, laufen und fliegen. Das heißt, jedes Gelände erreichen. Es kann nur enden. Und sie haben nicht mal Hände. Das ist die Hand, oder? Gut für die. Gut für die. Da kommen ja die ganzen Probleme, wenn du die Hand hast. Das machst du mit der Hand. Aber das ist ja ein so hochentwickeltes, wie nennt man das, ein Körperteil? Das ist für ein Begriff für die Hand. Aber das ist wirklich, was uns unterscheidet. Und differenziert enorm von ganz vielen Tieren. Deswegen wollte ich das so hervorheben. Wenn Enten so viel können, was wir nicht können, leider. Wir haben Hände. Und das angeblich ist, was uns so besonders macht. Aber eigentlich können die viel mit cooleren Sachen. Also eigentlich ist die Frage, sollten wir nicht lieber Enten sein als Menschen? Also kinetisch kann man mit der Hand nicht so viel machen, wie mit Flügeln. Aber mit der Hand. Man muss ja bedenken, dass die ganzen großen Ideen der Menschengeschichte immer durch die Hand verwirklicht wurden. So, und jetzt haben wir noch. Kommt die Idee, aber die Wirklichkeit wird durch die Hand und durch Arbeit, wird die Welt geformt. Wir freuen die Welt jetzt gerade mit dem Mund. Sogar Schimpansen. In Schimpansen, die haben ja auch schon Hände. Die können aber nicht den Indexgriff. Die können nicht den Indexgriff. Hier, so einen Stift können die nicht anfassen. Nee, einen Stift können die nicht anfassen, aber schon Stock. Was machen die mit dem Stock? Also hier so, Affe, so, und Mensch kann so. Das ist der feine Unterschied. Da sind wir wieder bei digital. Aber nee, nee, nee. Jetzt muss ich eingreifen. Okay. Warum redest du so gegen die Affen? Gar nicht. Haben die Affen jemals einen Stift bekommen? Nein, die sind ja jemals die Chance bekommen, die brauchen ja keinen Stift. Die haben ja nicht mal die gleiche Ausgangsposition. Ich liebe Affen, also nichts gegen Affen. Gar nicht. Da wollte ich das nicht verstanden wissen. Das ist die Tragödie. Wir sind tierlieb hier. Das muss man auch mal hervorheben. Und alle Tiere sind toll. Nicht nur Ant. Das war ein bisschen schon. Und das ist ja auch ein, wie sagt man so, the fallacy of the human being, dass wir immer denken, dass wir so erhaben werden über den Rest der Tierwelt. Und wir sind ja eigentlich auch nur Tiere. Anthropozentrismus. 2000 Jahre jetzt mittlerweile sind wir in diesem Weltbild drin. Dass wir denken, die Welt dreht sich um uns. Ich will mich halt. Genau. Mensch ist das Maser der Dinge. Es ist auch sehr schwierig, sich von diesem Standpunkt zu entfernen, weil wir sind Menschen. Und zu behaupten, dass wir eine neutrale Betrachtungsart und Weise entwickeln können, ist ja auch schon sehr idealistisch. Ja. Unser Intellekt, unsere Rationalität ist ja bedingt durch unsere Körperlichkeit, durch unser Fleisch und unser Blut. Das ist sehr spannend, diese Wechselwirkung. Aber die Gedankenwelt ergibt sich ja nur aus den körperlichen Voraussetzungen. Und gleichzeitig können wir ja durch unsere Gedankenwelt aber unsere körperlichen Voraussetzungen ändern. Genau. Es gibt so eine virtuelle Referenzebene durch unsere Gedanken, die unser Nervensystem umprogrammieren kann. Und das ist es ja sehr, ich sage euch, Zivilisation und die ganze Tragödie am Menschsein hat sehr viel damit zu tun, dass wir diesen Indexfinger anders sehen können. aus den Aufwand. Also der Finger. Ich wäre auch lieber in Bonobo und würde den ganzen Tag mit netten Bonobo-Weibchen rummachen. Aber wir sind halt eher Chimpanzees und die nutzen Stöcke, um sich gegenseitig auszulisten. Ich habe letztens aber im ZDF, ZDF-Info, großartiger Fernsehsender, kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich gucke nicht viel Fernsehen, muss ich sagen, aber manchmal dann... Manchmal gönnst du die. Manchmal gönne ich mir. Ja, schön. Muss auch mal sein. Das finde ich immer spannend, weil du hast vorhin im Vorgespräch, es wurde dir vor der Aufnahme mal gesagt, dass, als ich dich gefragt habe, eigentlich welche Sprache sprichst du halt die ganze Zeit so zu Hause und welche Sprache denkst du und so. Und Too Long Didn't Read, die Antwort von Ivan war, dass er Luxemburgisch und Portugiesisch zu Hause spricht und aber in Englisch auch denkt und vielleicht sogar auch träumt manchmal, weil das ist ja noch so die zweite Sache, weil ich träume auch manchmal in Englisch. Das ist... Ich träume manchmal in Chinesisch. Und dann sagt man ja immer, wenn man nämlich... Also muss man dazu sagen, der Multilingualist ist ja hier Mathieu. Also er spricht die abgefahrensten Sprachen. Nö, ich spreche genauso viele Sprachen. Okay, stimmt. Und ich wollte jetzt auch nicht die Wertung irgendwie aufmachen, aber ich... Nee, wir verstehen das. Okay, aber ich finde es sehr beeindruckend, dass man Portugiesisch spricht. Ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend, dass man Chinesisch spricht. Ja, das ist noch krasse. Also jede Sprache ist toll. Apropos. Willst du nicht mal ein Lied spielen? Ein Lied spielen, ja. Ja, kann man das so als... Das ist doch das Instrument mitgebracht. Ich habe ein Instrument, ja, genau. Aber das wäre jetzt ein grober Fehler, wenn wir jetzt von China zu diesem Instrument gehen würden, wo dieses Instrument doch aus der Mongolei ist. Na ja, meine mongolischen Kollegen würden sehr verletzt sein, weil ich das jetzt als chinesisches Instrument... Warte, warte, warte. Ich mache die Überleitung. Von China zu Mongolei. Genau. Ich finde, das braucht noch ein bisschen mehr Einleitung, weil... Okay, die Einleitung, dann bringe ich... Bring das mal her. Du bringst das her und ich beende schnell die Geschichte, die ich erzählen wollte eigentlich. Dann mache ich die Überleitung. Weil wir haben so schnell so ein anderes Rabbit Hole aufgemacht und wir gehen gleich ganz tief rein in das Rabbit Hole und Ivan macht da die Überleitung. Ich wollte nur sagen, um die Menschheitsgeschichte jetzt abzuschließen, die wir jetzt gerade kurz im Schnellverfahren besprochen haben. Also, ich wollte mir sagen, du hast gesagt, ich habe mir gegönnt. Und das fand ich lustig dafür, dass du kein Muttersprachler bist, aber trotzdem Deutsch auf Muttersprachenniveau sprichst, wie ich finde, aber ihr Luxemburger, den Slang habt ihr drauf und das fasziniert mich immer. Jeder Luxemburger kann den Humor aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und USA verstehen und alle anderen Sprachen und China wahrscheinlich auch noch und Mongolei, weil ihr seid wirklich nicht nur multilingual, sondern multikulturell. Das ist total spannend. Das coolste Spruch, ich sehe, Butter bei die Fische. Butter bei die Fische, sehr schön. Habe ich das mal versucht. Das geht nur, wenn er in der Pfanne liegt schon, sorry. Da musste sogar der MC lachen. Ja, sehr gut. Aber geil. Siehst du, und das meine ich ja. Wortgewandt, witzig, boom. Auf Zack, der Typ. Auf Zack. Übrigens, meine Berliner Kumpels meinen immer, wir werden ja alle aus dem Ruhrgebiet so vom Akzent. Du glaubst das nicht. Meine Freunde sagen immer, ihr seid... Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch, ja. Meine Freunde denken immer, ihr wärt alle Franzosen, ihr hättet alle einen französischen Akzent, wenn ich irgendwie Luxemburger habe. Das machen wir mit Absicht, um ein bisschen romantischer zu werden. Weißt du, wir sind alle Bauern, die zu Bankern wurden. Von daher müssen wir versuchen, irgendwie unser kulturelles Werk hier aufzuwerten. Kurzer Einschub. Absolut, ne. Kurzer Einschub. Könnte auch noch ein Namensvorschlag sein für diesen Podcast von Bauern zu Bankern. Ja. Wow. Ne, aber genau. Und die allerletzte Geschichte, die ich sagen wollte, auf ZDF-Info laufen, super Dokumentation über die Menschheit, kann man immer gerne gucken. Und jetzt ist die Geschichte fertig. Und jetzt gehen wir rüber zum Rabbit Hole, das Ivan introduced. Neue Geschichte. Zum Ungolai, bitte. Okay, ich habe hier überhaupt nicht genug Platz, um zu spielen, aber ich werde versuchen, zu improvisieren. und das Mikro ein bisschen weg, weil ich werde ober- und unter-töne singen. Okay, das ist fast. Ja. Das ist laut genug. Und jetzt bitte das Silence. Silence. Ich gebe euch hier eine kleine Kursprobe vom mongolischen Kekow-Gesang. Da ich sehr lange Zeit dort verbracht habe, über die kulturelle Vielfalt Luxemburgs Einnahmen, und sogar Mongolei ist kulturell in Luxemburg vertreten, und um nochmal hier kreativ für Luxemburg zu machen. Hier ist die ganze Welt, hier kommt die ganze Welt zusammen. Sogar die Mongolei findet ihren Weg nach Luxemburg. Von daher gibt es keine Ausrede, nicht nach Luxemburg mal zu kommen. Es gab mal einen mongolischen Eishockey-Spieler in Luxemburg. Habe ich auch noch eine Anekdote darüber. Erzähle ich später. Erzähle mir das danach. Hey, Lekken. Mach bitte die Pizza da ein bisschen weg. So. Dass man dann wenigstens auch sieht, was du da spielst. Ich schenke nochmal was ein, ne? Auch für mich. Ich schenke nochmal was ein, ne? Das ist eine mongolische Pferdekopfgeige. Die heißt wirklich Pferdekopfgeige? Pferdekopfgeige. Naja, es gibt ja nur so wörtliche Übersetzungen von dem Wort. Aber eigentlich heißt sie Mörn-Hör. Mörn heißt Pferd auf Mongolisch. Und Hör-Instrument. Mörn-Hör. Kannst du nur für den zweiten Anlauf das Mikro ein bisschen anders drehen, dass das so irgendwie vor dir steht, weil ich glaube gerade eben was nicht so gut mit der Aufnahme. Ich glaube ein bisschen tiefer wahrscheinlich. Wenn es so geht, ich glaube das müsste passen. Sag mal was. Eben, zwei. Ja. Passt. Ich mache die anderen Mikros aus, während dem er spielt. Weil das Instrument ist ja sehr laut. Der hat einen großen Klangkörper. Das ist wohl so mit dem Traum. Ich glaube schon. Das ist wohl so mit dem Traum. 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 Ich gebe euch mal eine Zugabe. Mein Pferd möchte nämlich auch euch was sagen. Hör mal her. Hey. Hey. Komm Kleiner, komm Kleiner. Oh. Wie heißt das Pferd? Mein Pferd. Das ist ein sehr lustiger. Künstlerisch. Weil mein Name ist. Ich wollte dir gerade vorschlagen, dass du spielst und wir singen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Muss ich aber nochmal in den Kehlkopf nochmal ein bisschen ölen. Was singen wir denn? Könnten wir so ein Sea Shanty. Sea Shanty ist ja in aller Munden. Oh ja. Kannst du das hier nicht sehen? Oder spielen? Hast du noch gehört? Nee, nee. Nochmal. Sound of Silence. Nee. Hello darkness, my old friend. Das ist das einzige Lied, wo ich jetzt auf dem Broadcaster drauf hab. Wenn ich mich nächstes Mal vorbereite, dann... Ich hab noch das hier von Snoop Dogg. Smoke weed every day. Oh ja. Aber dafür brauch ich kein Instrument. Mach Kehlkopfgesang every day. No 14 every day. Ja krass. Neon Experience. Aber du weißt schon, Mathieu, an diesem Punkt werden ganz viele Zuschauer ganz viele Fragen haben. Sollen wir die auch erst zuschicken lassen oder sollen wir schon mal so ein paar vorweggreifen, die wir haben dazu? Torge, du bist unser Talkmaster. Ich vertraue deiner Einschätzung der Situation. Sehr gut. Nein, aber ich muss erst mal vorweg sagen, also wirklich Respekt. Du bist einer der interessantesten Menschen, die ich kenne. Das mach ich mit voller Ernsthaftigkeit. Also du hast eine sehr spannende Lebensgeschichte und Lebensweg, was ich von dir weiß. Und dieser Skill ist ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, könnte man behaupten. Was für ein Eisberg. Was für ein Eisberg, ja. Was da visible ist. Und ja, also wie kommt man zu einer mongolischen, jetzt hab ich den Namen vergessen, Pferde. Kopfgeige. Pferdekopfgeige. Das ist eine, um das jetzt kurz zu fassen, weißt du was, ich mach es jetzt so kurz, wie es geht. Ich hatte schon von Kind an eine Faszination für die Mongolei, die sich aber erst, als ich nach China gezogen bin, dann verstärkt hatte. Und für mich war halt der interessanteste Teil in China, weil ich hatte mich ja schon festgelegt, in China zu studieren. Weil der interessanteste Teil Chinas für mich die innere Mongolei, weil es dort einem möglich ist, quasi die Han-Chinesen und die Mongolen koexistieren, zu sehen und zu erleben. Und ja, bin 2016 dort hingezogen, also in die innere Mongolei, 2015 nach China und habe doch die Ehre gehabt, tatsächlich von einem Meister die Kunst des Kehlkopfgesangs lernen zu dürfen. Mir wurde diese große Ehre bereitet und ich bin auch immer im Prozess des Lernens und versuche dann halt später auch ein bisschen so als kultureller Botschafter zwischen Europa und Asien allgemein. Nicht nur Luxemburg-Mongolei, Luxemburg-China, sondern wirklich Europa-Asien. Das wäre so der Traum. Und ich finde Musik und Kultur ist so ein Bindeglied. Absolut. Was die Menschen zusammenbringt. Und da mit dem Anzug anzutanzen und wirtschaftliche Deals abzuschließen, ohne irgendein Interesse oder intrinsisches Interesse an der Kultur zu haben, finde ich immer ein bisschen, naja, weißt du, nicht sehr authentisch. Und ja, gegenüber Mongolei ist diese Neugier in mir sehr natürlich erweckt worden. Und deshalb sehe ich mich ein bisschen so in dieser Position und hoffe, dass ich dann im weiteren Verlauf dann zwischen diesen beiden Kontinenten so als Botschafter. Aber es gibt sehr viele Botschafter, die informell da tätig sind. Und ja, ich sehe mich da auch als informellen Botschafter. Kann man ja noch formeller machen. Ja, wie gesagt, das wäre auch noch ein Ziel. Aber bevor wir uns darauf festlegen. Bevor wir überflutet werden von Nachrichten und Fragen, wie die Leute das lernen können, wäre das doch eigentlich eine coole Idee, den Leuten das beizubringen in Episodes. Wenn wir ja, das Thema ist ja, Podcast-Formate zu finden. Da könnten die Leute in den Comment-Section, oder was meinst du, in den Comment-Section sagen, ob die das feiern würden oder nicht. Das wäre auch mein nächster Punkt so gewesen. Also die Frage, ohne jetzt vorwegzugreifen zu wollen, wie man das macht, aber eigentlich trotzdem die Frage, kann oder darf das überhaupt jeder lernen? Oder ist das eine ganz exklusive Kunstform, die eben nur wenigen Menschen, wie du gerade beschrieben hast, von manchen Meistern zuteil wird? Wurdest du oder bist, ich will jetzt nicht übertreiben, aber bist du ein Auserwählter in dem Sinne? Und wenn ja, wie kam es dazu? Oder ja, können wir auch noch aufheben, sonst die Frage für nächstes Mal. Aber ja, kann das jeder lernen? Dann tease das mal ein bisschen. Das Ding ist, ich glaube, jeder kann in sich diese Resonanzen entdecken, verspüren und auch wiedergeben. Natürlich gibt es Unterschiede im Talent, aber natürlich ist der wichtigste Punkt, die eigene Motivation dafür aufzubringen. Mir hat, am Anfang wurde mir erzählt, es wäre unmöglich, so spät damit anzufangen. Das macht keinen Sinn. Wie früh müsste man denn anfangen? Ja, mit zwölf, dreizehn. Nach dem Stimmbuch oder während dem Stimmbuch, das wäre so eine ideale Zeit, weil da die Vocal Chords, die Stimmbänder noch formbarer sind und man sich quasi besser dran gewöhnen kann und auch seine eigene Tonalität besser finden kann. Und da gibt es tatsächlich auch noch ein anderes Tabu in Tuva, ein Teil der Ex-Sowjet-Union, heutiges Russland. Und da wurde tatsächlich bis zum Kollaps der Sowjet-Union war, es stigmatisiert, dass Frauen diesen Gesangskunst erlernen. Man dachte, wenn Frauen diese Töne treffen können, dann sind die nicht mehr fruchtbar. Also wie klingt denn der weibliche Kehlkopfgesang? Ist der auch relativ, also von der Stimmlage etwas tiefer dann? Oder recht hoch? Machen die das im Gegensatz ganz hoch? Oder also, nee. Ich würde vermuten, es ist sehr tief und es ist dann zu männlich, in Anführungszeichen. Deswegen denken die, man würde dann nicht mehr fruchtbar sein als Frauen. Was hat das denn für einen Elekt, wenn die nicht mehr fruchtbar sind? Es ist sehr viel Aberglauben damit. Aber, okay. Es ist sehr viel Aberglauben. Weil, mir wurde auch gesagt, dass nur Mongolen diesen Stil lernen könnten. Und danach wird das immer rationalisiert und es wird behauptet, ja, dann bin ich ja eine Reinkarnation von einem Mongolen. Anders hätte ich das nicht lernen können. Können wir denn jetzt einen Crashkurs haben, wir beide da? Wenn ihr wüsstet, unter welchen Bedingungen ich mit meinem Lehrer Kekopfgesang gelernt habe, dann glaube ich, würde ich das nochmal anders überlegen. Draußen bei minus 10 Grad. Ja, da gibt es. In einem Eisbad, genau. Acht Stunden im Eisbad. Es gibt eine Reitgärte, wo die Stadt teilweise geräumt während dem Singen. Ja, ja. Ist das so ein bisschen wie in so einem Film? Also ich will jetzt hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber so ein bisschen, damit die Zuschauer und Zuhörer sich das vorstellen können. So wie bei Karate-Kizzo, Mr. Miyagi. Und es ist so die klassische, the tale of the strict master. Und existiert das wirklich so? Also du warst so, du kamst da hin und sagst, ah, ich möchte jetzt hier irgendwie Kekopfgesang lernen. Dann hat er dich erstmal gar nicht beachtet. Dann hast du erstmal acht Tage draußen vor der Tür übernachtet, bis er dich das erste Mal mitgenommen hat. Kommentarlos. Dann musstest du mit ihm wahrscheinlich drei Tage durch die Steppe oder wie sagt man in der Mongolei, mongolische Wüste. Wie heißt das Wort nochmal? Gov. Gov, ja. Die Gobi. Genau, die Gobi-Wüste da durchwandern. Oder Tundra wollte ich sagen. Ah, du hast Tundra. Tundra, genau. Und dann irgendwann musst du noch zwei, drei Sachen für ihn machen und dann irgendwann bist du bereit oder kriegst du die Erlaubnis sozusagen, das zu machen. War das ungefähr so? Ansatzweise. Nicht gerade so idyllisch, idealisiert. Schmerzhafter. Aber ansatzweise schon. Er meinte halt zu mir, dass falls ich es lernen will, ich die gleiche Behandlung erfahre wie die Mongolen. Und da gehört eine Tracht. Prügel dazu, wenn man die Töne nicht trifft. Zum Beispiel eine sehr lustige Trainingsübung war, wenn du anfängst die Übertöne zu treffen, dann musst du quasi das Klavier hochheben beim Singen, um quasi den Druck auf deinen Diaphragmen aufbauen zu können, das zu lernen. Das ist halt sehr viel Druck hier im unteren Bereich deines Bauches, um überhaupt diese Töne erzeugen zu können. Wir haben ja vorhin schon über deine körperliche Fitness gesprochen, die ein bisschen gelitten hat, die man ja sehen kann in den letzten Monaten. Ja, ernsthaft. Aber hilft das in dem Sinne, trainiert zu sein? Also hilft irgendwie einen Sport zu machen, um dabei diese Gesangsleistung zu verbessern? Es hilft, Körpervolumen zu haben. Ah ja, okay. Ganz egal, wie man Körpervolumen erhält. Meine mongolischen Kumpels machen das nicht im Fitness. Okay, die machen mehr, die heben, die machen Maßheben. Genau, genau. Apropos, kann bitte wer mir irgendwas zu trinken geben? Oh ja? Ich könnte Bier suchen. Ah ja, mach das. Ich gehe Bier holen mal eben. Mach das Bier. Bier mal Bier holen. Genau. Dann überbrücken wir in der kurzen Zeit diese... Ja, kannst du mir auch ein bisschen Sprudel deinem Wascher geben? Ist das jetzt Sprudel? Ja, das Weiße ist Sprudel, das Andere ist kein Sprudel. Aber ich bin jetzt wirklich aufgeregt und ich will das versuchen. Ja. Wenn ich mir was in... Wenn ich mir jetzt was in den Kopf gesetzt habe, dann muss das... Deswegen, ich zitter hier schon rum und ich kann es nicht glauben, dass du eine Frage hinterher nach einer Frage stellst. Und jetzt schon zehn Minuten jeder... Du willst singen, du willst nicht den Theorie teilen, du willst machen. Ich will das versuchen jetzt. Bitte also, ich halte jetzt den Mund gleich, wenn Mathieu zurück ist. Versuch du mal ohne. Lass uns mal... Gib mir auch ein paar Nüsse da, bitte. Du hast ein viel... Lass uns mal versuchen, bevor er kommt und danach dann sehen die Zuschauer... Ernst du zuerst oder soll ich zuerst? Lass uns Schnick, Schnack, Schnuck machen. Okay. Demokratie. Ja, Schnick. Ohne Stein, Stere, Spock... Du fängst an. Nee, Mathieu, unser Lehrer. Unser Lehrer, ja. Unser Master sucht einen aus. Wer soll anfangen? Womit? Sag einfach. Womit? Okay, okay. Die Storkenswärste. Ohne das... Die Pferdekopfgeige. Ja, 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 ja. Ich habe gar nicht so eine raue Stimme, wie du schon hast. Ja, ja, die entwickelt sich auch dadurch. Ich muss sagen, meine Stimme war immer schon ein bisschen tiefer, ja, ja. aber Kehlkopfgesang hat mir noch hat mir quasi Höhen und Tiefen in meine Stimme noch eingeführt so ein extra Bass ja auch in meinem Leben hey das ist viel allgemeiner als jetzt nur in diesem Kontext Ivan ist next immer auf den Bauch aufpassen ich komme mal vorbei der nimmt sich wirklich nach draußen wenn ich das sinken ja genau Ivan ist schwanger hat den drückt der dir meistens die Faust hier so in den Bauch rein doch und jetzt versuch mal den ganzen Atem statt Atem und dann sinken näher ans Mikro komm Faust gut aber tiefer das muss aus dem Bauch kommen können wir dann sollen Leute uns was einschicken und wer es besonders gut kann der irgendwie kann vielleicht bei dir eine Ausbildung gewinnen ich habe hier sowieso gleich schon eine sehr große Klammer aufgemacht wenn wir schon jetzt über Mongolei und Projekte Richtung Mongolei reden dann habe ich auch noch was in dem Petto hier bist du sicher dass du das in der heutigen Folge schon announcen willst was denn wir können auch teasen wir können auch teasen aber es ist wirklich sehr sehr interessant ich glaube die Leute Teaser sind immer gut ich glaube nicht dass die bereit sind ich glaube auch nicht ich glaube auch nicht dass die bereit sind das müssen sie mal ein bisschen aber das ist am besten das Leben einen überrascht wenn man nicht bereit ist das ist am besten immer oder nicht immer als Plan wird man halt auch auf einmal mal Kehlkopf Sänger man muss Sponsan sein und sich auf das Schlimmste im Leben vorbereiten und das Beste hoffen ja absolut Weisheit des Tages da sind wir auch bei Sprichwörtern deutsche Sprichwörter sind ja auch immer sehr gut also wir können auch da nochmal eine Kategorie einführen jeder muss ein Sprichwort raushauen du hast ja vorhin schon ich habe ein gutes okay gib mir eine Sekunde ich habe ein gutes Ente? nee das war dein falsches Enteignis du kleiner Sponsan okay also es können echte alte altertümliche wollte ich gerade sagen Sprichwörter sein oder TV Total Nippel kennt ihr die noch? oh ja ja die Nippel die Nippel habe ich Nippel gesagt? die Nippel also nein es gibt den mein Lieblings Nippel von Stefan Raab damals von Stefan Raab meint der tut mir leid ich weiß es ist ja auch wieder mal kindische Kommentar bei mir kommt das zu oft raus ich muss auch du bist ja noch sehr jung Ivan nein ich habe jetzt nee ich muss ich muss mich benehmen hier bitte okay dann no risk no fun das ist mein Motto kennt ihr den? ja ich glaube no risk no fun das ist auch der meistgequoteste wahrscheinlich oder? der ist immer noch aktuell oder ein Satz mit X das war wohl nichts ja den haben wir auch oft gequotet wir sind jetzt oder der Moschenkatz das sind keine Sprichwörter das sind Memes das sind Memes oder das sind Memes die Sprichwörter geworden sind ja das muss man wow da sind wir beim guten Thema Internetkultur Memes als Internetkultur als kulturelles Phänomen da gibt es ja bestimmt mittlerweile Doktorarbeiten drüber oder? oh ja auf jeden Fall Mathieu klär sie auf zu Richard Dawkins Memes ach im kulturellen Sinne kulturelle Gene AKM ja Memes da gibt es Richard Dawkins hat da wirklich schon sehr früh eine wer ist das wenn ich kurz fragen darf? Richard Dawkins ja also bin ich jetzt ungebildet wenn ich das nicht weiß schon ein bisschen jeder moderne Hipster jeder Hipster du kennst es du wusstest es von ihm oder? nee ich wusste es wirklich echt also sag doch mal Richard Dawkins ja okay ich muss heute Abend I gotta do my homework ich dachte du willst mich trollen hier nee du kommst ja immer mit den ausgefallensten Sachen also jetzt wissen wir ja schon wer nach Hause fährt ja da fehlt jetzt irgendein Button gerade der fliegt nach Hause die kleine Fee genau beim Zauberstaff nee aber hast du eigentlich dein Bier schon getrunken Hermes ich hab meinen Foxbier ich verstehe aber Ivan hat mir so viel Wasser ausgeschüttet ich hab nein ich hab dir nur das Wasser gegeben Schock ich hab kein Wasser ja aber du hast das Glas voll gemacht und ja ich muss erstmal hier das Wasser trinken großer Mann okay also aber hier dein Foxbier Redfruits ist eiskalt und wartet auf dich ich weiß es tut mir wirklich leid das war nicht so gewollt bitte ähm oh mein mein auch mein Foxbier ist auch gerade angekommen nee mach also wo waren wir stehen geblieben also Richard oder soll ich Dawkins warte 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 können wir das aufnehmen wie wird der aufgenommen warte geil ja nächstes Mal zerhaue ich sie mir am Kopf und und exe sie sofort oder das O okay nächstes Mal ich will dass Torch nächstes Mal hier ist ich will dass Torch nächstes Mal hier ist und das demonstriert du hast das gesagt live ich will das sehen Bier Echsen okay ja ihr könnt uns auch an den Kopf haben wir einen Ersthelfer hier einen Ersthelfer der Platz wo man nähen kann ich kann ein bisschen Luxemburg Stad Beats Beats wird nächstes Mal dabei sein der kann sowas glaube ich ja also Erste Hilfe und so ein Zeug kann er ja sehr gut ist auch ein Mann der hat viele Talente merke ich aber wir müssen das machen für die Quote für die Quoten wir müssen hier ein bisschen Traction kriegen das kann nicht sein dass die Leute nicht wissen was Kehlkopfgesang ist was Richard Dawkins also dann wird das sich für mich weil wir eigentlich vorhin gesagt haben wir müssen ja in dieser Folge so ein bisschen erörtern was für ein Format das überhaupt werden kann klingt für mich ein bisschen nach Jackass jetzt I bet you will Jackass the Podcast I bet you will I bet you will Alter da kommen gerade viele Erinnerungen aus meiner Jugend hoch da gab es doch richtig eklige Sachen damals ich habe das so gefeiert zumal den kleinen Lilliputana den Wee-Man ja das war ein richtig guter Skater aber das muss man so witzig der konnte viel und ich muss auch sagen ist interessant auch so Leute wie Steve O der war ja eigentlich so der kaputteste so ein bisschen damals so immer nur auf Drogen und Schmerzmittel und allem die waren ja in so einem Tunnel eigentlich in so einem Wahn aber ich habe letztens ein sehr interessantes Interview mit ihm gelesen oder auch gesehen irgendwie glaube ich war das also lesen sehen ist ja wie gesagt hier äquivalent der ist super smart oder super super jetzt nicht so smart wie Richard Dawkins wahrscheinlich ich spreche noch nicht so gerne Richard Dawkins aber er hat er hat muss man ihm sagen eine sehr gute Arbeit okay aber in dem Sinne ist Steve O um den Übergang von Biologie zu Kultur aka Memes zu machen aber C.G. Jung hat da auch schon vor 100 Jahren was vorgelegt ich komme da direkt drauf zurück weil eigentlich in dem Sinne ist ja dann Steve O ein lebendes Kultur also ein Mensch der auch noch gleichzeitig also der nicht nur Kultur erfährt sondern Kultur kreiert und dementsprechend ein lebendes Symbol oder eine Legende 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 bei sowas brauchen wir auch nochmal einen Button irgendwie wenn jemand so ein richtig ich habe noch ein paar so ein hit it ich möchte einen Sound wo man einen Nagel hört der von einem Hammer eingeschlagen wird präziser und so die Nagel auf den Kopf das ist eine Challenge mit der Hand einen Nagel in diesen Tisch hauen mein Kung-Fu-Meister kann das aber wir können das wollte ich gerade noch sagen spät der Schmerz oder gar nicht it was at this moment that he knew he fucked up das ist ein guter das ist ein guter Button den kann man auch noch sehr viel einsetzen wie lange dauert es überhaupt was ist so werden wir nach anderthalb Stunden rausgekickt oder fliegst du dann nach Hause du kleine Fee ich werde ein bisschen Feenstaub hier einmal verteilen und dann schlafen alle ein und dann ist das muss ich drauf vorbereiten gibt es kein Limit haben wir einen Timer unlimited fragen wir mal den MC also ich habe Zeit und weil es die erste Episode ist muss die natürlich so geil werden dass wir viele Snippets rausschneiden können wie 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 auf einer Skala von 1 bis geil was ist so der Geilheitslevel gerade Moment darf ich das auf einer Skala von 9 bis 10 wie geil ist es ja wir müssen ja gucken dass 9,1 ist wie 1 kann man so sehen wir müssen ja gucken wir müssen Halftime Adjustments machen wie beim Fußball ja ich wollte eigentlich ich habe ja noch dieses zweite Intro dabei was ich euch noch zeigen wollte aber da werden wir jetzt sehr gemischte Gefühle sehen wenn ich das zeige ich mache schon mal die Kamera hier weil da werden wir jetzt sehen dass Torge der hat irgendwie dann der wird es noch ein bisschen verstehen glaube ich Motio der wird denken wow geil ich verstehe gar nicht Ivan kann ich nicht so genau einschätzen aber ich spiele es einfach mal ab und dann schauen wir mal und in dem Moment ich finde es geil ich finde es geil wie ist es möglich dass du ein paar Pixel mir dieses wohlige innere praktische Kribbeln Wahnsinn oder das ist genial 90's Nostalgia ja es tut mir leid ich kann damit nichts null nada niente anfangen außer Nintendo darf ich das sagen bist du denn Gen Z nenn mich wie immer du nennst ich habe ja nicht mal einen Spitznamen ich weiß nicht was ich bin Ivan ich glaube als das da rausgekommen ist fast so noch nicht geboren ok das was ist das erste Videospiel das du gespielt hast dass du dich aktiv erinnerst ich glaube King Kong auf welcher Konsole Nintendo 64 ok du hast noch also die habe ich noch miterlebt King Kong du meinst Donkey Kong ja er meint das der Affe und Mario und die Peach da die wurde wurde nie von mir gerettet ne da habe ich noch bis heute einen Traum immer in den Abgrund gefallen nein habt ihr mal kennt ihr das ok jetzt ganz viele Erinnerungen wie Matthias gesagt hat kennt ihr auch wisst ihr wie der Toad ja der Pilz genau wie der ohne Dings aussieht ohne es gibt da ein lustiges so ein geschorener Haar oder was ja so ein ganz ganz einfach das wie Bernie Sanders auf dem Stuhl es gibt ja so ein Gag wir müssen aber wir können ja hier live gucken das wird nicht oh der sieht ja aus wie ich so eine Haare das genau das ist es das sieht mich ein bisschen aus wie du Ivan Eierkopf man denkt ja immer dass das nur ok Chewbacca tot jetzt haben wir schon zwei hier Mario ist richtig trainiert guck mal da guck mal da ja das bist du das ist natürlich ja stimmt können wir dir so Mario mit so aufsetzen ja wirklich guck wie der guckt guck aber das ist Toad ja das ist Toad Toad die Peach da zieht aber auch am Mario am Fuß von Mario mein lieber Scholli ich wollte gerade sagen ja äh apropos ähm was hast du vorhin gesagt die 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 Sätze da ja Sprichwörter Sprichwörter ja Redewendung lass die Katze mal aus dem Sack ja das ist meine ich hab das vorhin nicht gesagt ich job das mal einfach lässt du manchmal die Katze aus dem Sack ich hier sag nichts sondern meinen Anwalt ich muss auch wir sagen auch immer lass die Kirsche im Dorf mach das die Kirsche im Dorf das ist wahrscheinlich das gleiche ist ja naja du kannst die Katze im Sack kaufen aber du kannst die Kirsche nicht im Sack kaufen du kannst die du lässt die Katze aus dem Sack du kannst die Katze in der Kirche im Dorf aus dem Sack lassen ja das geht ja das wäre was oder du lässt die Katze aus dem Sack in der Kirche die aber im Dorf stehen gelassen wurde ja das macht Sinn das oder absolut Fun Fact ich war mal in Italien eigentlich so ein Fun Fact aber es trotzdem es hat mich hängen geblieben es ist nur ein Fact es ist ein Fact es ist nur ein Fact ein historischer Fact sogar ähm ähm also Faschisten mögen wir ja gar nicht und auch aus dem Grund dass der Faschist in Italien damals Mussolini der hat ähm einfach ähm einen Staudamm gebaut damals wo er wollte irgendwie und da wurden mehrere Dörfer Dörfer dann überflutet und es gibt in Italien Moment ja das machen Kommunisten doch auch stimmt ja ja aber scheiß auf Mussolini das ist ein Idiot das ist ein geile Staudamm nein aber du hast recht ich habe sehr lange Zeit in China gelebt und da ist auch so eine Geschichte mit einem Damm und mit Überflutungen stimmt und Menschenrechtsverletzung das stimmt ja das wird aber rausgeschnitten ja ja weil wir sind ja gesponsert von der kommunistischen äh von der Bank of Luxemburg nicht die kommunistische Partei Chinas die bürokratischen Kapitalismuspartei genau die autoritär geführte Kapitalismus Chinas unterstützt uns äh ja die freudischen Ausrutscher hier die rein die freudischen Ausrutscher die freut ja aber es steht es gibt es weiß nicht mehr genau wo das war aber es war ich war im Skiurlaub in Italien und da war der See dann zugefroren und da ragte dann so ein Kirchturm aus diesem See und du konntest da so rumlaufen das fand ich sehr beeindruckend ja Kirchen sind sehr beeindruckend einfach nur so als als Ornament in der Stadt ja es ist schön es gab ja diesen das ist ein bisschen pittoresken Städten in Italien den ganzen Charme eigentlich dass das die ganze Stadt quasi die ganze Agora der Marktplatz und hier und da ist alles um die Kirsche gebaut ja die richtig romantischen schönen verschlafenen Städtchen in Italien sind da fast gleich strukturiert ich mache hier meine Flasche mit dem Mikro auf oh warte lass uns mal die Augen zumachen und das jetzt mal richtig genießen bitte oh wow danke so jetzt kommt das Blut hier in den Schädel oh ja ich hab mal ne Aufgabe für dich mich ja wie wärs wenn du dir 5 Themen ausdenkst und wir werden zu diesen 5 Themen jetzt gemeinsam jeweils 3 Minuten Brainstorming machen so Rapid Fire genau einfach mal so Rapid Fire einfach ein Thema rein und dann zeigt er Podcast Ideen wir versuchen ja unseren Podcast hier in der ersten Episode so zu entwickeln ja aber wir haben noch nicht viel drüber geredet genau deshalb wollte ich jetzt mal die dann jetzt mal strukturiert ich hab auch als Todsünde Todsünde ich hab semi-strukturiert Shot oh kein Brainstorming ohne Shotfeuer Shotgun ich hab das ja da bin ich auch abergläubig wenn es darum geht ich hab noch Chin Chin zur Mitte zur Titte zum Sack Zack Zack was sind denn das eigentlich Bilder die sind demonetized hat man das eigentlich ja Torge du musst die von den Zack gelesen das musst du noch in die Kamera zeigen ah ne dann werden wir gebannt von YouTube ok soll ich es beschreiben was ich sehe soll ich mal so mit Bildsprache ich sehe was was du nicht ich hab noch mehr Fragen als Aussagen die ich gerade irgendwie teilen könnte also gut wenn man jetzt hier Alkohol in dieses kleine Schottglas gießt dann sieht man einen nackten Mann bei dir bei mir sieht es aus so wie im Massagecenter in Hongkong ich hab da vorhin reingeguckt da war nichts drin ich fahrscht mich doch guck mal jetzt rein ist kein Gag warum habe ich also das sieht man das nur wenn man was drin hat ich glaube das sieht aus ich hab vorhin reingeguckt es sieht aus im Sommer für die Zuschauer bildlich zu umschreiben es sieht aus wie Borat in seinem Borat Kini nur ohne Borat Kini very nice very nice so ein richtig stammiger kazakhstanischer Wort den Button müssen wir haben mit mit ordentlich viel dunklen Haaren ich sag Prost auf Borat und Kazakstan auf jeden Fall ja Prost Lass uns bitte den Button machen den feier ich jetzt den kümmer mich drum Borat ja very nice aber auch mal da kurz Klammer auf und eine Lanze brechen für Sacha Baron Cohen der Typ ist genial unglaublich genial also der müsste Nobelpreis kriegen am Anfang wurde der beim ersten Borat wurde der von Kazakstan angeklagt mittlerweile beim zweiten Film oder ich glaube das ist der dritte jetzt zweite hat Kazakstan das als riesen Kampagne gemacht genial und das Titel very nice ich finde das sollte einen Nobelpreis in Comedy geben weil Comedy teilweise mehr zum Weltfrieden beiträgt als jegliche Friedens-Nobelpreisträger ja ich will nicht übertreiben aber Humor verbindet wie man durch den Humor eine Verbindungsebene schaffen kann weil sehr viele Tabus angesprochen werden können und dann auf einer kritisch humorvollen Ebene gleichzeitig dann bearbeitet werden das ist super ja der Alkohol schlägt hier schon hey listen hey listen willst du was sagen MC das war jemand achso what what alter nochmal das direkte Vergleich ernsthaft jetzt hey listen so Ivan jetzt du Chebacca hey listen das war eher Cyborg das war ich gar nicht das war ich gar nicht ok krass was wolltest du sagen mich du bist ein Bauchredner du warst es kannst du auch Bauchreden du wolltest doch die fünf Themen achso nee ja fünf Themen was wollt ihr denn da von mir werf mal irgendwas in die Runde irgendwo was wir gerade so spontan haben wo wir hier unsere Kompetenz für Podcast ja genau der Beweis stellen können ja ich überhaupt Clubhouse wollten wir doch noch reden Clubhouse ich schreibe das mal auf aber sind das generelle Ideen wo wir drüber reden oder ist das die Podcast Idee wie die Podcast danach aussehen werden sowohl ja wir müssten beides jetzt eigentlich nochmal besprechen dann lasst uns zuerst priorisieren was ist wichtiger ja ähm Podcast Idee erstmal kurz Podcast Idee und dann nochmal tagesaktuelle Themen zum Abschluss oder andersrum vielleicht erst vielleicht erst aktuelle hier sind die Tagesthemen um 19.59 ZDF extra Update oder irgendwie so Zoom Update okay also ich schreibe mal jetzt auf ähm erstmal Clubhouse wir können das ja auch bunt durcheinander werfen kommt Leute nicht so viel gescriptet hier ähm Clubhouse was fällt uns noch an semi-strukturiert semi-strukturiert aber wir sind aber die fehlende Struktur wurde mir als kritisches Feedback zu der ersten Test-Episode gegeben die meinten so ja es ist ja cool dass ihr labert aber irgendwie boah dann werden die ja hier komplett ausrastet wir haben das auch nicht ausgestrahlt ich bin aber ich ist mir egal scheiß auf die Hater genau wir brauchen die Hater wenn du Erfolg hast kommen die Hater von alleine wie war denn generell so das Feedback was ihr gekriegt habt an sich schon gut doch die Leute fanden also Sound super hört man ja auch gerade hier mit dem Typen super Typen super ja sympathisch genial brillant charmant absolut Diversität wurde zum Between the Lines auch kritisiert also man könnte vielleicht auch mal eine Frau einladen aber auf jeden Fall oh shit also mehr macht den Frauen auf jeden Fall und ich wäre sehr froh wenn wir Frauen hätten die uns gerne hier begleiten würden um eine gute Sendung zu machen wir brauchen weiblichen Input hier ja es muss so sein und auch wenn ihr mal Bock habt mit uns live zu telefonieren bei der ganzen Sache geht das auch weil mit dem Roadcaster gesponsert von Road für dieses Studio hier kann man auch Telefonanrufe dazu bringen ich muss dich ja einen Moment bremsen weil du sagst dauernd dir die Leute hatten was gesponsert aber die haben überhaupt nichts haben sie auch nicht den Scheiß haben wir alles teuer bezahlt das ist alles aus eigener Tasche finanziert eigentlich könnten wir das Ganze auch überkleben die ganzen Sachen dann lass uns das mal ich nehme das Ganze jetzt in die Hand okay das hier oder gib mir mal dein Handy wir rufen jetzt Pit an oh ja komm wir rufen jetzt mal jemanden spontan an aber du musst mit Bluetooth Connection machen ich glaube das ist noch nicht connected ganz einfach das ist okay das wird schon ich glaube das wird passen das hat doch letztes Mal auch geklärt der Sound der muss es nicht ans Mikrofon halten ich gebe dir Ivan ich gebe dir das Mikro du kannst mit dem Roadcaster ich imitiere einfach mich also ne ne das Mikro pass auf ganz kurz ganz kurz das Telefon ist quasi wie ein extra Mikrofon eine neue Tonspur du kannst das per Bluetooth hinzuschalten und es wird original aufgenommen Stimmt wir haben das noch getestet letztens oder lass mich mal schnell gucken wenn es zu kompliziert ist machen wir einfach ans Mikrofon das geht auch das ging richtig gut letztes Mal ich dachte ernst ich glaube hier steht connected for calls dann müsste das passen für wen rufen wir an Pit hast du gesagt Pit Box B Box B dann so hier ruft den ja der darfst der hat das auch nicht gesponsert aber wir supporten das gerne das muss man ja so sehen ich bin mischt dann jetzt ich muss nichts machen nur klicken ne muss nur anrufen dann hier da hörst du und ja ok ich bin müssen ich auch das klingt so bedrohlich moin moin jo Pit wie geht gut gut dann so wir sind gerade deinen Umgang Podcast aufzuhören wie kannst du lachen hallo moin das läuft mit uns ein bisschen spontan ist egal ob ich eigentlich mal kochen kochen ja moin bringst du euch noch ein bisschen Fuxlunch weil mir will nicht ein bisschen weisen es ist nicht Lust zu sponsern ein bisschen Pits ist jetzt so falls es noch nicht gemerkt ist dass du nie während du schwätzt ja ja es geht ja du bist live auf Sendung und jetzt ab jetzt musst du auch deutsch reden ja wir sind aber das ist ja gut das hätte ja nicht geklappt ja stimmt doch kleiner Exkurs kleiner Exkurs in die Luxemburg du bist live auf Sendung bei felt cute might rename later felt cute might rename later was hast du zu sagen als erster Gast erster Gast erster Gast in der Sendung erster Sponsor ja erster Sponsor jetzt du kannst einfach nicht nein sagen aber wenn der Arm am Kochen ist ja aber du kommst nächstes Mal oder übernächstes Mal dann müssen wir gucken wie wir uns organisieren aber wärst du dabei da irgendwann mal auf Sendung zu kommen ja gerne können wir machen aber so ein paar Stunden im Voraus ist gut ja okay okay ja das ging dann also du kannst dir auch gerne die Episode hier ansehen weil wir haben mehrfach ein paar Shoutouts an dich auch gemacht wir wollen dich auf jeden Fall irgendwann hier mal dabei haben und unterstützen auf jeden Fall und unterstützen das ist ja auch klar geil vielen Dank dann tut es uns leid für die peinliche Störung aber danke Pit ciao es gibt das ist lustig mit der Störung dass du es gerade sagst es gibt ja du kennt ihr Studio Braun das ist so ein deutsches so Scherzanrufe Ding irgendwie aus dem Radio oh ja und dann ruft er auch einmal irgendwo an und sagt so ja mitten in der Nacht so ja hallo ja guten Abend was ist denn los was ist los ja ich wollte mich entschuldigen was wofür wofür sie sich entschuldigen für die späte Störung der ist der ist gut der hat schon gecheckt das ich nicht ich glaube am Anfang nicht ne ich glaube am Anfang nicht aber ernsthaft Leute wir müssen uns auch ja jetzt entscheiden auf welcher Spur wir unsere Zuschauer ansprechen also erster Gast können wir schon mal versuchen wir nur unterhaltsam zu sein oder versuchen wir auch wie auf Neon zum Beispiel erwähnt wir sind ein sehr gutes sehr gutes Unternehmen gute Referenz auch unterhalten und educated educated das wäre super wenn wir mindestens zwei Spiele fahren könnten oder drei education entertainment emotion ja also fürs Herz haben wir immer was genau das Herz sind wir ja schon hier Ivan ist für die emotions hier ja Ivan ist für die emotions immature fürs entertainment nee du bist für die education ich bin vielleicht entertainment du bist ein Hybrid Hybrid das erste Mal Kehlkopfgesang hatten wir ah ja Kehlkopfgesang okay das schreibe ich auch also Kehlkopfgesang how to oder educate also tutorial dann business ideas ja stimmt live creation bis 50% commission machen business ideas genau das ist hier quasi Podcast Ventures Opportunity Fund Nummer 1 haben wir gerade gegründet ja die können uns anrufen und wir solven deren Probleme oh das finde ich geil dass Leute so irgendwie business advice kriegen von also das ist ein bisschen so pretentious aber egal das wäre auch cool wenn Leute fragen wir sind nicht responsible für deren Entscheidungen genau aber wir sind so eigentlich weißt du wie Domian kennt ihr Domian aus dem deutschen Fernsehen auch nee kennt nicht Domian ich kenne den ja auch immer bei Stefan Rapp der so Astro Stuff gemacht ja Living Legend ja so ein Türk ach in Lila so Esotanten so ein bisschen also er war ja so die immer die die Late Night Seelsorger Telefon quasi also wir meinen den gleichen oder meint ihr nicht mit Astro das war was anderes ja genau aber das ähnliche Prinzip ähnlich ist alles alles eins mit oder ohne Sterne ist alles was da also okay Business Ideas Creation also dann sagen wir mal hier Life Advice Seelsorge also also wir können auch ernst muss man jetzt noch mal ganz ehrlich sagen also ich machen mal gerne so Scherze aber auch also beides können wir ernst und lustig lustig und ernst das ist ein bisschen weird weil ich dann Torch angucke und diese Musik kommt dann verliebe ich mich so das war bei unserer ersten Episode die Episode 0.0 war das der geilste Moment also da noch mal Shoutout an Misch da hinterm Mischpult das war ein guter ja 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 das war ja ja der Mischhitter Mischpult oh ja oh ja das war wirklich genial welcher Moment der Moment wo wir ich hab ja geschwärmt von irgendwie Ethical Businesses Positive Impact Businesses weil du hast ja ein solch ein jenes Business und da hatte ich dann dich so angeguckt und dann hat Misch im perfekten Moment darauf gedrückt und dann der weiß welche Buttons der okay das waren jetzt vier Sachen Nummer 5 nein das erste Club Clubhouse Killkopfgesang Business Ideas Life Advice und Nummer 5 muss irgendwie ich hab noch ein Thema okay Cannabis Legalisierung Cannabis Luxemburg Cannabis Legalisierung in Luxemburg da kann man ernst drüber reden muss man ernst drüber reden oder noch eine Idee ich hab noch ein anderes Thema aber sag mir du erstmal Ivan ich muss den Effekt hier noch finden Leute können schreiben in die Comments oder uns einfach schreiben was wir lernen sollen innerhalb von einer Episode und wir müssen das innerhalb von einer Episode lernen uns selber beibringen Producen das heißt Educating Entertainment Boom du bist der Typ dafür ich glaube du wärst wirklich in unserem Format hier der Typ der so total Improvisation auf die Wünsche unserer Zuhörer eingeht und da auch mit Elastigkeit und Coolness da das irgendwie noch gebacken bekommt Human Guineapic du machst du testest die Sachen aus und wir kommentieren bloß wir schauen zu ich glaube du wärst wirklich ein sehr guter Moderator für ein Format in dieser Form auf jeden Fall ich werde schon ein bisschen rot das ist schon ein bisschen naja wir wir beweihr euch schon uns hier gegenseitig damit kommen wir zum ersten Thema damit kommen wir zum ersten Thema zu Clubhouse ich hatte ja noch eins und das wäre das hier Moment auf jeden Fall ich kannte es jeder Alex Jones ist ein sehr guter Freund von dir ein sehr guter Schauspieler Schauspieler okay sollen wir nicht die jetzt muss ich wieder der Ernste sein aber sollen wir nicht die Top 2 oder Top 3 filtern und die Leute sollen sagen was es jetzt wird also ich würde zuallererst schon mal sagen Ivan wenn du Alex Jones noch nicht mal kennst wie kannst du dann filtern was die Top 1 oder also ist Alex Jones an sich ein Thema oder ist nee so Verschwörungstheorien können wir das ist so ein wichtiges Thema gerade können wir ich würde sagen können wir das denn jetzt nicht gucken ihr erdekelt mich Conspiracy Busters können wir das sagen wir sind die die das widerlegen naja Busters heißt ja auch dass man sich wirklich da investiert und eine investigative Nachforschung betreibt ich glaube die eine Kamera ist uns gerade abgeschmiert welche die Haupt ja die Webcam ist alle weil da fehlt uns noch ein Kabel das läuft auf der Batterie ich schließe jetzt die Batterie nochmal neu an aber fürs erste haben wir leider keine Raumaufnahme mehr das wäre denn die erste Episode das ist okay das ist okay wäre das die erste Episode die meisten Podcasts haben nur eine Kamera und die hier im Land haben nur eine Kamera ist mir auch glücklich lasst uns mal reimen jetzt reimen ich sag ein Wort und dann irgendwie so pingpong reimen pingpong wir sind so random okay ähm fuck ähm Geige Feige Zeuge oder nee das ist anders das Spiel man muss immer mit dem letzten Buchstaben ein neues Wort bilden das ist besser das ist besser das ist einfacher okay also 3 2 1 ja Fußball 2 da gibt es ein Timely mit 10 Sekunden mach mal sonst gibt es mit dem letzten Buchstaben letzte Buchstabe aber da gibt es ja kein Ende der Showmaster sagt dann wenn Schluss ist aber Reim ist schwerer Reim ist schwerer ja wir müssen so Freestyle Battle Freestyle Rapper wenn es Freestyle Rapper gibt da draußen die mega gut sind kommt gern zu uns ins Studio ich finde Freestyle Rap ist wirklich eine hochkomplexe Unterschätze die es BZ1 represent das muss man ohne was letztens warst du ein sehr guter Freestyle gewonnen ich hab sie nicht bekommen erzähl mal erst mal wer ist Bazooka Bruce für alle die in Deutschland ist er noch nicht bekannt glaube ich Bazooka Bruce ist gerade so ein Internetphänomen in Luxemburg nicht nur das er füllt auch hier die Konzerthallen richtig gut und er hat so ein bisschen den Dreh rausbekommen wie man zwischen Gangster Rap und Hip Plastik da schön kombiniert und so einen schönen Mittelweg findet und er spricht gerade sehr viele luxemburgische Menschen an mit seiner Musik und er hat auch mehr Erfolg als die Rapper bevor ihn und von daher ist er so eine kleine Kultikone und er rappt auf luxemburgisch er rappt auf luxemburgisch aber für alle die auch gerne irgendwie französischen Hip-Hop hören gibt es auch viele Leute in Deutschland die das machen luxemburgischen Hip-Hop kann man sich auch mal anhören das ist witzig also das verstehen die Deutschen auch eigentlich schnell Bazooka Bruce hat sogar auf Spotify einige Tracks die sogar mehr von Deutschen angehört wurden als von Luxemburg muss man auch sagen aber das ist Nokia Supreme also ich bin ich kenne Bazooka Bruce nicht persönlich ich kenne seine Schwester es ist kein Diss oder so es ist kein Diss es ist nur die Ironie des Schicksals will ich mal sagen hat der hat der schwere Freunde ist der irgendwie Bazooka Bruce ist ein cooler Junge und seine Schwester ist eine ein super Mädel das heißt weil du das Geschenk nicht gekriegt hast hast du seine Schwester kennengelernt verstehst du das richtig nee ich kenne seine Schwester vor dem Geschenk ja was du nie bekommen hast also warum hast du das nee das Ding ist halt auch weil ich mich auch nicht involviert habe ich habe mich nachgefragt mein Freund das Ding ist dass ich zwar gewonnen habe aber nicht insistiere es ging mir nur darum zu zeigen dass ich tatsächlich die richtige Antwort auf die Frage hatte was war die Frage es ging um Tesla und um den Track M9 von Bazooka Bruce in welchem Zusammenhang Teslas 369 Zahlen Mystik zu dem Track M9 steht und er rappt in diesem Song er sagt drei Schüsse eine ein M6 und eine M9 und er sagt okay da ist die 369 drin genauso wie von Tesla erwähnt das ist natürlich eine sehr einfache Interpretation von Teslas gesamt wissenschaftlichem Werk aber immerhin er hat die Assoziation benutzt und ich habe diesen Kommentar gelassen und gesagt ja er macht das so und habe gewonnen aber leider noch mein Bazooka Boost T-Shirt nicht erhalten okay also also nicht die Gelegenheit das ist ja um das jetzt nochmal klarzustellen also seine Aufgabe gewesen das ist von dem Podcast wo er eingeladen wurde die haben das ja im Rahmen vom Podcast so versprochen können wir den Podcast erwähnen ist das Crossover Podcast Promotion wir können ja jeden erwähnen den wir gut finden und Göllefro ist auf jeden Fall ich glaube einer der besseren luxemburgischen Podcast das kann man definitiv das ist der erste Podcast mittlerweile das ist der erste Podcast gewesen ich habe mir den Podcast das ist eine sehr intelligente Wahl Bazooka Boost als den ersten Gast einzuladen auf jeden Fall Respekt und Kompliment an die Kollegen von Göllefro weil die Goldene Frage ja die Goldene Frage Goldene Frage heißt Goldene Frage und es ist ein bisschen so in Relation zur Göllefra zur goldenen Frau die so quasi als Symbol der luxemburgischen Freiheit hier angesehen wird und die Goldene Frage ist natürlich die eine Billion Dollar Frage und auch irgendwie in Relation zur zur Göllefra zur goldenen Frau dieser Freiheitsstatue Luxemburgs sehr guter Name in der sehr guter Name wird auch in der Nähe von der Göllefra aufgenommen das ist auf 100 Meter Luftlinie wir sind jetzt vom Thema abgekommen also um das nochmal klarzustellen also Bazooka Bruce macht sehr gute Musik Mathieu kennt die Schwester privat ohne weiteren Hintergedanken und Hintergrund das soll nicht falsch verstanden sein das war einfach nur eine Randnotiz und muss erklärt werden und Mathieu hat beim Gewinnspiel gewonnen hat seinen Gewinn noch nicht bekommen das muss ich noch ändern vielleicht bringt ja der wie soll ich sagen Gewinn aus Schüttende vielleicht den Gewinn ja nochmal vorbei auch hier wer weiß ist ja ein Raumzeitkontinuum ist das eine Einladung ist eine Einladung between the lines und in diesem Format lässt es sich auch sehr gut nachhaken in dieser Affäre in dieser Affäre ich hoffe es war eben keine Affäre T-Shirt also deswegen T-Shirts es gibt noch T-Shirts zu verteilen wie sind wir jetzt darauf gekommen das ist immer wichtig das ist auch ein Running Gag meine Freunde machen sich immer lustig dass ich immer vom Thema abschweife und ganz viele Klammern aufmache und Rabbit Holes tiefer gehe aber schaut wie weit ich es geschafft habe mittlerweile werde ich genau dafür gebucht sehr gut auf jeden Fall ich müsste wie gesagt gegenseitig beweilen räuchern das war der Punkt das war der Punkt ernsthaft du hast ein sehr gutes Gefühl dafür hier den Kern der Sache zu treffen die Essenz diese Klammer die quadratische die quadratische Klammer die macht man ja wenn es zwei Klammern sind kommt die quadratische Klammer rum ja die eckige Klammer haben wir glaube ich immer gesagt an der Schule die eckige Klammer 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 ist die andere das ist diese das ist diese ja genau das kommt dann noch drauf ins Treib das kommt danach dann kommt genau dieses andere Ding wenn ihr es wisst draußen eckige Klammer ich glaube eckige Klammer das ist doch der Name oder ich glaube schon es gibt irgendwie es muss ein Wort dafür gehen ok wir finden das raus Definition ist wichtig auch hier Internet jetzt eckige Klammer aber wie bist du jetzt auf die Klammer eckige Klammer und Bindestrich Ivan jetzt sei still du musst ja auch schreiben wie heißt wie nennt man die eckige Klammer also wer das weiß wer das weiß kriegt einen Live-Anruf für fünf Minuten in der Show also der wird beim nächsten Mal aufgenommen wer das weiß das wäre doch eine super Idee so diese fünf Minutes of Fame fünf Minutes of Fame wir suchen random Leute und wir machen auch fünf Seconds of Fame können man auch zuerst müssen wir mal den Fame aufbauen ja und Fame ist ja auch relativ man muss ja auch sagen wir machen das ja hier nicht jetzt weil wir irgendwie berühmt werden wollen oder weil wir uns so geil finden wir machen das einfach weil wir Spaß und Freude haben weil wir alle Fans von Podcasting sind und das einfach ein geiles Medium ist um wie du vorhin gesagt hast durch Humor durch auch Entertainment Emotion Education Verbindung zu schaffen und ich glaube darum geht es ja eigentlich auch auf jeden Fall noch ist das ja hier gerade internes Format wie gesagt aber wir sind eigentlich wie schon mehrfach jetzt angedeutet auch gewillt andere Menschen dazu zu holen und uns ja halt denen über ihren Werdegang und was auch immer auszutauschen das ist ein freies Format wir wollen eigentlich ja mit diesem Podcast so ein bisschen nur auch das kreieren oder rekreieren könnte man sogar fast sagen was wir auch selber mögen und was es halt so schon gibt auch und na klar erfinden wir das Rad jetzt hier nicht neu aber wir wollen dem Rad irgendwie so unsere wie sagt man so die eigene die eigene Felge geben die eigene Spinner Spinning Wheel die Spinning Felge draußen genau das ist eigentlich das Ziel dieses Podcasts ja und gerade auch nochmal mit dem Hintergedanken auch dass wir das hier auf Deutsch machen wie ich auch eingangs schon erwähnt habe wir wollen ja gerne dass Luxemburg ein bisschen bekannter wird im Dach Dachgebiet Dachraum Dachmarkt Dachlu Dachlu weil es wird immer von Menelux gesprochen und das ist zum Beispiel mal ein Learning jetzt kommt Learning über Luxemburg Nummer 1 Belgier und Niederlander haben nicht so viel mit Luxemburg zu tun das ist eigentlich Luxemburger sind einfach da rangehen ja also Belgier haben schon eher was mit Luxemburg zu tun Luxemburger mögen Belgien sehr gerne fahren sehr gerne nach Knock richtig aber die fahren nicht gut Autos das ist so das jetzt kommen die Klischees nicht alle Luxemburger nicht alle Belgier aber da ist halt die Küste das ist mir aufgefallen es ist dir aufgefallen du bist hier seit 5 Jahren du hast mit sehr vielen Menschen geredet und du weißt es wahrscheinlich besser als wir selbst ich kenne zu viele Luxemburger die gerne nach Knock fahren das ist ein Problem das ist immer ein Problem wenn ich mich als Luxemburger angesprochen fühle dann tendiere ich dazu meine eigenen Präferenzen als Präferenzen von Luxemburgern anzusehen diese Verwechslung das ist ein generell menschliches Problem Projektion diese Projektion und diese diese Skalenverwirrung auch ein bisschen so das eigene Ego das eigene Innenleben als Maßstab für den Rest der Welt immer auch als kulturellen Maßstab für das ganze Land ganz genau aus der Welt anzusehen ich habe eine Idee wir haben ja jetzt die 6 Formate wie wäre es wenn wir es intern einfach mal gucken wer jetzt in unserem Team was die Top 3 sind und die lassen wir das Publikum entscheiden welches Konzept ich glaube da kommt gerade ein Anruf rein ich höre gerade irgendwie diese ja bei mir ist nichts guck mal aber Ivan das sind ja keine Formate das sind ja gethemen das sind ja jetzt nur random weil Clubhouse ist ja kein Format auch wenn hier jetzt das Clubhouse ist aber hier ist das Clubhouse nee aber ich dachte das wäre das Format oder Konzept was dabei behalten wird Format ist ja jetzt müssen wir es mal genau definieren Format also Content Format ist Audio Podcast und Video ganz wichtig Format ist in dem Sinne eine Talkshow wir unterhalten uns Long Form wir machen das relativ lang wir machen ja keine kurzen 10 Minuten Episoden hier solange das die Batterie von der Kamera ausgeht und solange das Bier noch was hergibt das ist der eigentliche Akku Matthäus aber wir haben noch Schnaps es ist das Konzept nicht nur Format sondern Konzept genau und jetzt kommt das Konzept guter Punkt also Format ist an sich geklärt aber Konzept ist noch nicht klar das ist ja dann trotzdem das Konzept soll ja dann immer gleich bleiben das heißt wenn es Clubhouse ist sollte es jedes Mal Clubhouse sein oder ist es jedes Mal ein neues Konzept das ist ja jetzt die Frage weil ich habe es so verstanden Konzept das bleibt jetzt immer gleich also das Konzept wäre dann dass wir entscheiden dass wir uns jede Woche über ein aktuelles Thema unterhalten und Clubhouse wäre das aktuelle Thema der Woche das wäre das eine Konzept das jede Woche ein neues Konzept ist nee nee Konzept bleibt gleich aber Thema ändert sich dann ist das Konzept dass wir uns über ein neues Thema gibt genau das war deine falsche Entscheidung der kann Knöpfe drucken die das kann man wenn man es da eine Ausbildung gibt dann ich glaube deine ich sag das jetzt nicht ich auch Ivan pass auf was du sagst sonst bist du nächstes Mal nicht mehr dabei mein Spurz echt der sitzt am längeren Hebel am größeren Knopf am größeren Knopf ja ich hätte auch gerne Knöpfe ja warum haben wir keine Knöpfe das ist gemein das wäre gut nee aber dann ich habe das Mischpult das Mischpult das Mischpult das Mischpult emergency button so ein Stoltersitz man kann sich man kann sich nur durch seinen Namen dafür qualifizieren für diese Position deswegen Beats macht Beats jetzt ist der Ton weg freue ich auch nee ah jetzt ist er wieder da ist wieder back jetzt war bei mir oh nee oh jetzt hängt hier das Atom Ding hängt saft das automatisch ach nee das gibt es ja nicht Moment verstehe ich ist irgendwas schief das Problem gab es vorhin schon mal ja jetzt ist gefreezed ja genau das Ding hier ist die Kamera aber sind wir noch die andere Kameras ja ist gefreezed aber in einem guten Moment das ist gut für Meme ist gut für Meme machen wir ein Screenshot nochmal Die ist wieder hi aber recordet das schon ja ja es ist recordet seit einer Stunde und 35 Minuten oh ich glaube wir müssen unter zwei Stunden bleiben stell dir mal vor weißt du Joe Wogan hat Podcasts die teilweise über vier Stunden weggeben waren die immer so lang von Anfang an eigentlich oder hat der doch der hatte auch gesagt die reden müssen es gibt einen Podcast der heißt ist alles gesagt oder alles gesagt von der Zeit in Deutschland von der Wochenzeitung Zeit und die haben teilweise Episoden von fünf Stunden weil die hören erst auf zu reden wenn nichts mehr zu sagen ist es gibt Episoden die sind nur eine Stunde lang und es gibt Episoden die sind drei vier fünf also acht Stunden glaube ich haben die schon ich habe da was sehr schönes gesehen vor kurzem und zwar im österreichischen Fernsehen hatten sie die ganzen Revolutionäre der 68er Bewegung 78 eingeladen also zehn Jahre nach der Bewegung und die hatten ein offenes Format im österreichischen Fernsehen das heißt sie hatten keine Sendezeit sie hatten einen Anfang der Sendezeit aber Open End und die haben das als Format durchgezogen und das vermisse ich heute im Fernsehen ein bisschen so haben wir dieses Format wiederbeleben genau und die hatten diese natürlichen Vibe den wir heute fast nur in Podcasts oder in Internetserien oder Sendungen wiederfinden und die haben das im österreichischen Fernsehen da waren Menschen zusammen die in einem sehr krassen Gegensatz zueinander waren und die auch zehn Jahre vorbelastete Beziehung das war Cohn Bandit der als 78 war das Cohn Bandit und ein Journalist ein deutscher Journalist der Welt glaube ich und der hatte sehr schlecht über die berichtet haben die sich konfrontiert der Dutschke der Dutschke der noch gestorben ist und die haben das ein Jahr vor Dutschke vor dem Tod Dutschkes aufgenommen krass und die haben dieses Open End Format durchgezogen und das ist einfach genial weil die sich am Ende nach vier Stunden und 50 Minuten dann einigen sich ausgesprochen haben und quasi das Kriegs beigetragen haben am Ende der Serie die haben diesen Konsensus durch Diskurs gefunden das ist heute sehr schwierig herzustellen weil wir überhaupt der ganzen Diskussion nicht den Rahmen geben um sich so anfangen zu können dann schreib es auf Konsensus durch Diskurs ja okay also ein Topic was Problem ist und wir brainstormen drüber und finden die Lösung fertig oder Ziel ist eine Lösung zu finden aber manchmal gibt es vielleicht keine Lösung aber wir reden zumindest drüber wir unterhalten das geht ja immer verloren dass man überhaupt sich mal zuhört anhört ausspricht bei den alten Griechen ist es ja auch der Diskurs gewesen der die Wahrheit offenbart hat und nicht das geschriebene Wort im Buch und deshalb ist das Podcast ja ein sehr revolutionäres Format weil wir eben genau durch diesen sprachlichen Diskurs intermenschlich jetzt zu dieser Wahrheit versuchen zu gelangen und es geht ja auch immer nur durch diese Erkenntnis dass die Wahrheit immer intersubjektiv ist dass sie irgendwo es gibt deine Meinung es gibt meine Meinung es gibt seine Meinung und seine Meinung und es gibt die Wahrheit und wir treffen uns in der Mitte und versuchen unseren eigenen Bias und unsere eigenen Fehlschlüsse aufzuheben und ein gesundes sachliches Urteil über die Situation führen zu können einmal gibt es dann hinter unserem Urteil was wir dann für die Wahrheit halten noch eine tatsächliche Wahrheit eine eigentliche Wahrheit gibt es noch eine Meta-Wahrheit das stimmt in der Mitte das ist überhaupt nicht wichtig wir können ja Wahrheit in so vielen Bezugsebenen definieren aber es gibt die Ehrlichkeit auch wenn es die Wahrheit die Wahrheit ist für mich nicht dass unsere Diskussion und die objektive Wirklichkeit überlappen sondern dass wir im Diskurs zu einer neuen Form des Seins gelangen und die können wir nur erlangen wenn wir uns empathisch auf unser Gegenüber einlassen und im Podcast glaube ich dass das passieren kann aber in traditionellen Formaten wie im Buch hat es natürlich seine Vorteile aber da findet dieser Diskurs nicht so statt der findet keinen partizipativen Stil und hier wie gesagt wir laden ja auch die Zuhörer ein sich aktiv zu involvieren das ist sehr wichtig für ein Format wir können hier in diesem Format nur existieren weil wir gute Zuschauer haben das stimmt und wir leben von unseren Zuschauern und unsere Zuschauer werden uns am Anfang das beste Feedback geben was wir bekommen können und nur anhand von diesen early Fans oder Supporters können wir überhaupt ein gutes Format aufstellen aber meinst du denn wenn wir jetzt mal ein bisschen über eine Zielformulierung sprechen würden wir können ja wie gesagt das auf verschiedene Arten und Weisen aufziehen aber gibt es ein Ziel das wir erreichen wollen irgendwie im Sinne von was wollen wir der Welt oder den anderen Mitmenschen den sieben Milliarden hinterlassen in dem Sinne wenn sie diese Sendung dann sehen oder hören was ist das was wir gerne eigentlich ausdrücken wollen Brandschatzen sie sollen Brandschatzen gehen danach das Ding für mich ist ich bin ein Idealist in der Hinsicht für mich ist es Utopie ohne Utopie zu leben man muss immer irgendwo eine Intention formulieren und da als wir vorhin über die Mongolei und China geredet haben sehe ich jetzt einen ähnlichen Handelsbedarf halt für Luxor wir versuchen ja nicht nur uns selbst zu promoten oder irgendwas in der Art es geht ja darum eben wie gesagt diesen Diskurs herzustellen damit wir gemeinsam es ist ein Thema was schon ausgelutscht ist es gibt so viele New Age Selbsthilfe Kurse und hier und da Quacksäuber die versuchen Quacksäuber es gibt so viele Quacksäuber es gibt ein breit gefeschertes Angebot aber solide ist nur ein Bruchteil natürlich können wir jetzt auch nicht gleich behaupten dass wir jetzt dieses solideste Produkt sozusagen hier anbieten aber ich glaube in dem Sinne wollen wir kannst du sowas sagen natürlich tun wir das Leute ich bin ja nur bescheiden du bist ja wie Sokrates Tori ist unser Sokrates hier heute und Sokrates sagt ich weiß dass ich nichts weiß das ist der Punkt ich weiß dass wir euch nichts beibringen aber ich habe damit angefangen können wir loslegen wieso wir können den Leuten aber was beibringen natürlich können wir aber wir haben uns selbst mal negiert wenn wir mit dieser Arroganz reingehen aber zu sagen dass wir es nicht können ist ja auch eine Lüge dann sagen wir wir sagen nichts aber wir sagen nicht wir können es nicht weil wir können es wir sagen nicht dass wir es können weil das ist der entscheidende das zu entscheiden aber wir müssen ja auch eine Bestandsanalyse machen und jetzt so wie wir in diesem Format in diesem experimentellen Format uns hier begegnen merken wir ja dass wir versuchen ein geeignetes Format zu finden um unsere Ideen zu kanalisieren damit wir Value provide genau damit wir denen was bringen also können wir was provide Value heißt für mich aber wie gesagt Value ist für mich ein sehr stigmatisiertes und beflecktes Wort wieso? weil Value sehr oft ökonomisch ja das stimmt und wir versuchen ja eben jenseits von Wirtschaft und Ökonomie und dieser ganzen Logik des Marktes da einen Impact zu haben und das ist sehr schön dass wir dann in einem Smalltalk oder einem sehr legeren Format da zusammenfinden aber es ist auch sehr wichtig dass wir unsere Intentionen beibehalten dass wir wissen wo wir hinwollen und was wir den Menschen wieder wollen aber noch wissen wir ja gar nicht wo wir hinwollen glaube ich oder? aber das ist doch gerade dieser das ist eine Interation das ist jetzt der rote Faden Work in Progress du hast gesagt Empathie und das der Diskurs das heißt das Podcast könnte ja dann heißen irgendwie was mit Empathy Empathie Punkt fertig das ist der goldene der goldene Faden der goldene Schnitt der rote Faden und das Ding ist wir machen einfach die Discussion auf für alle möglichen Themen ja das finde ich sehr gut fertig und da ist halt wir sind nicht also wir können nicht sagen dass wir nicht was bringen den Leuten weil das bringt was den Leuten ja aber weißt du was die entscheiden ja mit das heißt wenigstens eine Person bringt was weißt du was Ivan was ich sehr mag ist wenn man diesen bescheidenen Moment der Einsicht hat wo man merkt dass man auch nicht im Besitz der Wahrheit ist das Wichtige ist immer dass man diese Bonafide nennt man das diesen Willen zur Wahrheit das ist wichtig mitbringt es ist ja nicht so dass die Wahrheit hier schon in unserem Besitz ist und wir sie euch hier ausstrahlen wir streben danach wir suchen sie wir sind Wahrheitssucher genau und in dieser Fission in dieser Reibung in diesem Format soll ja diese gemeinsame Einsicht in die Wahrheit stattfinden und das ist für mich das ist das Kerntheor also eigentlich versuchen wir Brücken zu schlagen Brücken zu bauen zu bauen wir bauen die und das wie du richtig gesagt hast fällt mit Empathie an es braucht diese aber das Problem ist wenn wir das ganze Format auf Empathie auslegen dann geben wir den Leuten das falsche Gefühl dass Empathie schon alles ist aber es ist der Starting Point und dann entwickelt sich die Discussion Round die wir haben und dann kannst du Einsichten gehen vielleicht nicht die Einsicht aber eine von vielen die kommen und da können die Brücken entstehen oder die Small Steps zack 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 Wie viele Menschen glaubst du dass derzeit zu Hause sitzen durch Corona bedingte Quarantänemaßnahmen nicht diese Selbstverwirklichung erfahren die sie eigentlich erfahren wollten und wie viele Menschen glaubst du dass während dieser Quarantäne erst bemerkt haben dass sie nicht in einer Modane oder in einer kleinen Blase leben sondern dass sie eine Person ein Sein in Relation zu anderem Sein sind und dass diese Isolation quasi ja die grundformatischen Seins wieder auf aber ich glaube du fasst das in so sehr schöne Worte und Definitionen das ist ja auch mal ganz wichtig Dinge definieren zu können ohne sich da einschränken zu wollen aber ich glaube man muss versuchen der Konsens beginnt damit in der gemeinsamen Grundlage des Verständnisses über das was wir sprechen damit beginnt es mal weil ich glaube leider leben wir heutzutage in einer Welt in der so zersplittert ist wo jeder ein anderes Verständnis von der Realität hat eine andere Meinung eine Überzeugung Realitätstunnel ja so Filterblasen Realitätstunnel genau also Realitätstunnel die durch Filterblasen und durch Algorithmen und durch Plattformen entstehen und witzigerweise natürlich durch Plattformen auf denen auch dieses Gespräch hier dann ausgespielt werden wird das ist ja immer manchmal so die Ironie bei der Sache aber mein Punkt ist der folgende was mir hat viel Sorge bereitet als Mensch der sich eigentlich als zum also wir haben ja vorhin mehrfach darüber gesprochen als Deutscher der in Europa in Luxemburg lebt definiert ich definiere mich eigentlich immer als Europäer halt ist auch das schon zu viel und zu eng gedacht dass man sich überhaupt so ein Label gibt weiß ich nicht aber mein Punkt ist folgende ich sehe mich halt immer nur als seit einem von uns allen in der Welt was mir viel Sorge bereitet ist eben dass dieses Verständnis verloren gegangen ist dass wir gar nicht mehr also wir fühlen uns glaube ich alle lost und orientierungslos und wie du gerade sagst so okay da ist jetzt aber auf einmal vielleicht so eine Möglichkeit da das sogar diese Krisenzeit die jetzt seit einem Jahr anhält Möglichkeit bietet sich mal mehr mit solchen Fragen auseinanderzusetzen also auch die trotz der physischen Distanz können die Leute auf einmal wieder eine gewisse Nähe kreieren wenn sie wollen wenn sie danach suchen wenn es dann Angebote gibt wo man das kann vielleicht ist dann dieser Podcast ja ein Angebot dafür was ich eigentlich sagen wollte ist dass genau es macht mir aber eben Sorge dass wir aktuell darauf hinsteuern wo jeder einfach nur in seine Richtung geht also dieses irgendwie ein paar von uns allen suchen vielleicht nach dem gemeinsamen Streben zueinander zu finden die möchte ich gerne persönlich wenn ich so einen persönlichen Wunsch definieren kann abholen bei diesem Format hier aber ich würde eigentlich auch gerne all die anderen abholen weil ich glaube einfach wir dürfen nicht immer nur denken die und wir sondern wir haben halt wirklich das meine ich jetzt ohne jeglichen Pathos viel mehr was uns verbindet als was uns trennt und ich würde mir eigentlich wünschen dass Menschen wieder aus der Filterblase aussteigen dass sie ja sagen okay wir hören uns auch mal anderen Meinungen zu aber dann das war ja was du vorhin gesagt hast dieses Ziel wir einigen uns dann doch wieder auf aber irgendwie eine gemeinsame Wahrheit oder ein gemeinsames Verständnis von etwas dass wir wegkommen von diesen Hassparolen und Lügen und Fake sonst was und Conspiracy und all diesen Dingen und wir sind ja alle irgendwie komplett verwirrt heutzutage selbst die Leute die nicht irgendwelchen ja wie gesagt Lügnern nachhängen sondern irgendwie ich würde behaupten wir sind schon noch eher auf der Seite der echten Wahrheit aber dennoch glaube ich also ich persönlich fühle manchmal so eine wie gesagt die Sorge und so eine Verwirrung dass man denkt okay aber was wäre wenn oder warum behaupten die das oder wie kommen die dahin und ich nicht dass ich also ich schweife jetzt ein bisschen ab und spring gerade ein bisschen mag auch am Bier liegen aber aber mein Punkt ist einfach der folgende es ist ein großer Bedarf da in der heutigen Zeit wo eigentlich die Vernetzungsmöglichkeiten die Verständnismöglichkeiten größer sind also die Möglichkeiten um Verständnis zu schaffen größer sind aber wir haben uns weit voneinander entfernt gedanklich und vom Wissen her oder von irgendwelchen Dingen her wo wir dann wie gesagt alle uns eher dann das Wissen was wir haben zum Gegeneinander einsetzen als dass wir sagen wir streben einem gemeinsamen höheren Ziel entgegen als Menschheit das ist ja so das Big Picture easy peasy kein Problem Weltfrieden da gibt es ja wenn ich da mal uiuiuiui wenn ich da mal was ein Falsschild drauf da bin ich jetzt ein bisschen weit aus Kurt gerade aber ich glaube ihr wisst was ich sagen wollte oder ich wollte den machen das ist ja die Ambiguität der Situation also sie gibt uns die Möglichkeit immer mehr von unseren Mitmenschen zu entfernen oder immer näher an sie dann zurück aber da ist eine ganz andere Frage wollen ok jetzt gehen wir ein bisschen zu weit wollen nicht vielleicht paar Leute dass wir uns entfernen das ist die ganz andere Frage aber dann ist die Frage wer sind diese Leute ich möchte immer davon ausgehen dass die Masse es macht und wenn es immer Menschen gibt die sich kritisch in diesem Diskurs wiederfinden können und die den gesunden Menschenverstand über halt diese flächendeckenden Lügen Fake News oder Halbwahrheiten weil das ist für mich das Schlimmste Halbwahrheiten nicht Fake News Halbwahrheiten weil die meisten Verschwörungen leben ja auch nur davon dass sie Halbwahrheiten sind dass sie etwas Wahres an sich besitzen aber diese Wahrheit mit irrationalen Aber ist das Fake Misleading oder Natürlich ist das Fake weil wir leben in einer Hyperrealität aber dann Halbwahrheit wo Fake und Real kann keinen Unterschied mehr machen Okay aber du sagst jetzt Fake und das andere war Halbwahrheit Fake News hat genauso viel Bits an Informationen wie reale News die lassen sich genau gleich in Informationseinheiten ausdrücken und heute in der digitalen Zeit versuchen wir ja auch Größen von Informationen zu quantifizieren und wenn wir Informationen quantifizieren merken wir dass Wahrheit und Lüge gleich strukturiert sind Wow okay das ist schon mal das Deep aber ohne jetzt Deep so im Sinne von oh let's Deep das ist aber krass das muss man sich echt mal vor Augen halten du kannst du kannst 160 Zeichen ja mit Wahrheit oder Lüge und das Ding ist ja immer solange es eine Richterinstanz gibt die die Deutungshoheit über Wahrheit und Lüge besitzt können wir davon ausgehen Fragezeichen ob diese Instanz tatsächlich in unserem Gemeindenwohl arbeitet ich glaube an ich möchte ja gar keine verschwörungstheoretische Atmosphäre schaffen ich möchte nur eine verantwortungsvolle Atmosphäre schaffen wo wir uns unserer Macht als Bürger als Menschen weil ich möchte Menschen als Menschen anreden und nicht nur als Bürger das ist für mich eine große Abstraktion die zumal in Deutschland sehr oft gemacht du wirst als Person als du hast einen Personalausweis du gehörst zum Personal der BRD okay das ist was die Verschwörungstheoretiker sagen ich bin kein Reichsbürger aber du wirst aber als als Bürger als Steuerzahler als Konsument und etc. etc. vom Staat erkannt aber nicht als Persönlichkeit und das ist auch nicht möglich innerhalb von einer Bürokratie lass uns da keine Illusionen machen aber als Persönlichkeit bist du eine konkrete reelle existenzielle Einheit die kann den Verlauf der Dinge der Geschichte und die Narration mit verändern und ich glaube dieses Bewusstsein zu schaffen weil wie gesagt hatte man mir in diesem Fall vor 50 oder 60 Jahren falls ich in der Zeit existiert hatte überhaupt in einem solchen Format ein Mikro vor den Mund gestellt nein das ist es ja wir haben jetzt die Möglichkeit die Themen sofort frontal anzusprechen ohne in irgendwelche Selbstzensur zu verfahren ja und da geht eine große Macht aber auch eine große Verantwortung mit einher und das ist genau der Punkt wo ich ganz groß für Sorge vor habe weil viele Menschen besitzen nicht die englisch würde man sagen Literacy zwischen diesen verschiedenen Informationsarten zu differenzieren welchen Informationsarten gibt es denn? Informationsarten oder lass mich das anders ausdrücken du hast immer gleich okay das ist genau der Punkt du hast gerade gesagt die Information als nennen wir es jetzt mal irgendwie physikalische Einheit ist immer gleich Elektronen haben halt eine positive oder negative Charge genauso sind digitale Informationen die wir über Computer beziehen binär genau aber es gibt Elektronen haben immer eine negative Charge just saying that's true ja aber aber Elektronen lassen sich mit binären Informationen mit binären Informationseinheiten aber der Punkt ist dann lass uns mal darauf verständigen was ist richtig was ist falsch was ist das ist wieder dann die Frage unsere Informationskultur ist von Elektronen oder von Informationstechnologie vermittelt ja und das ist genau der Punkt also es ist einfacher denn je heute eben von jeglichem Ort auf der Welt so eine nächste Information zu vermitteln zu verbreiten und deswegen wollte ich gerade sagen mein Punkt ist folgender es gibt ich sage ich mal insgesamt noch offiziell anerkannte Institutionen die sich im letzten Jahrhundert herausgebildet haben Radio Fernsehen was auch immer und dann auch Internet in gewissem Sinne wo Informationen mitgeteilt werden die wir eigentlich alle verständigen konnten dass sie unabhängig sind dass sie wahr sind dass sie einfach dass sie das war die Informationsquelle und Zeitungen natürlich noch schon viel länger aber ich will nur sagen jetzt haben wir das Internet und jetzt ist jeder auf einmal ein Medienunternehmen in dem Sinne und man muss nicht mal diese ökonomischen Komponente dahinter packen aber man kann einfach sagen jeder ist auf einmal zu einer Art Funkturm geworden jeder kann jetzt in den Ether hinaus senden auf jeden Fall und das Problem ist ja immer fast so wie Aktio-Reaktio eigentlich auf jede Information die du raus sendest kommt irgendwas zurück und eine Aktion entsteht so und jetzt mein Problem ist folgendes wenn ich mich jetzt hinstelle und bewusst Informationen bereitstelle die aber eigentlich einen schädlichen einen schädlichen Inhalt bei Inhalt oder andersrum gesagt die die sehen die Sehen also wie die Saat wird eingepflanzt die aber danach als Konsequenz etwas Negatives hat Aber das war noch immer der Fall War immer der Fall aber ich bin der Meinung Es braucht immer ein neues Medium um die alten Medienlandschaften nochmal neu kritisch reflektieren zu können und man sagt ja auch man lügt wie gedruckt und da gab es wie gesagt diese sehr einfachen sehr sage ich jetzt mal unausgefeilten Urteile von gewissen Bewegungen in Deutschland die versuchen ein ganzes Medium mit einem schlechten Stigma zu versehren die Lügenpresse oder was auch immer Das ist ein ganz geschissenes Wort ja das ist und leider wird es von den falschen Leuten verwendet aber das Ding ist da wie gesagt was ich vorhin sagte da ist eine Halbwahrheit drin es ist ja nicht komplett falsch also du meinst es gibt Lügenpresse meinst du aber nicht natürlich gibt es Lügenpresse kann man das als Beispiel nehmen und wenn man das müssen wir rausbieben müssen wir rausbieben ja sowas nee oh du hast gesagt keine Namen nennen genau also bei sowas das werde ich ausbieben das war aber eine Minute 56 ungefähr okay dann steigen wir wieder an also du hast gerade gesagt es gibt Lügenpresse man kann Lügen drucken und ich habe ja auch ich merke es ich lese viele Bücher und ich merke dass ich einem Wort unbewusst fast mehr Gewicht zuschreibe wenn ich das lese weil ich mir denke oh das ist durch ein Auslesungsverfahren gegangen der Denker hat sich das erdacht und er hat sich so vieles erdacht und dieses hat es dann geschafft um im Endeffekt dann über die Buchpresse zu laufen und dann als gedrucktes Wort als Diktum zu erscheinen es gibt immer diese abergläubliche Assoziation von Bedeutung die allein durch das Format hergestellt wird und die nicht mit der Aussage an sich einher geht so wie Marshall McLuhan sagte das Medium ist die Botschaft ja okay dann aber das ist dann okay dann müssen wir eigentlich nochmal einen Schritt zurück denken und sagen okay jeder der ein Mitteilungsbedürfnis hat da gibt es Unterschiede der eine will das eine erreichen der andere will was anderes erreichen das ist glaube ich das halb das große Problem immer das was neu ist wird immer von Guten und Bösen wenn du das so vereinfachen hast die Leute die gute Intentions haben und böse Absichten haben gute und schlechte Absichten damals gab es eben noch kein Podcasting kein Social Media dann hast du das eben per Brieftaube geschickt oder du hast es in Briefkasten geworfen oder hast das der Tante gesagt der Nachbarin die hat das weiter erzählt so ging das dann halt eben jetzt mittlerweile ist es eben Podcasting und es ist immer es gibt immer Gutes und Böses und man kann das nicht man kann nicht einfach sagen okay wir müssen nur es wird das immer geben man kann das nicht also solange es Menschen geben wird wird es unterschiedliche Intentionen bei jeder neuen Technologie das Medium ist nicht an sich gut oder böse was der Mensch draußen macht ist nicht an sich aber es gibt Medien die eventuell wenn wir gewohnt sind Wahrheit in Form von einem 500 Seiten Text zu erhalten und wenn dann die Wahrheit auf einmal in 160 Twitter Zeichen oder 260 Twitter Zeichen mittlerweile komprimiert werden soll dass da eine gewisse Entropie besteht oder dass Wahrheit immer plakativer wird oder immer weniger wahr oder immer relativer das ist das Problem mit der Informationsüberflutung was ist denn jetzt wahr und was nicht Wenn du vor 500 Jahren in deinem Leben ein Buch gelesen hattest dann wäre es wahrscheinlich die Bibel gewesen und dadurch dass du etwas gelesen hast bist du ja auch dieser Trugschluss dass das was du gelesen hast irgendwie eine inhärente höher bewertete oder was auch immer authentischere Wahrheit vermittelt allein durch die Tatsache dass du es gelesen hast heute sind wir ja überflutet von Informationen und Wahrheit und Lüge sind immer näher aneinander und meistens sogar vermischt sodass es gar keine platonische Abtrennung mehr zwischen Wahrheit und Lüge gibt das was Baudrillard die Hyperrealität nennt wo dass beides sich vermischt wo überhaupt gar keine authentische Form der Wahrheit mehr möglich ist das heißt die smartsten Leute sind eigentlich die die nicht lesen die sich nicht informieren weil da weder Halbwahrheiten Lügen die smartesten Menschen lassen sich nicht nachrichten die können zwar Nachrichten lesen aber sie lassen sich nicht nachrichten von vorgefertigten Meinungen von Journalisten man merkt das heute sehr gut mit Internetjournalismus für die Qualität des Journalismus teilweise gesunken ist dadurch dass man eben in diesem immer kleiner werdenden Zeitfenster neue Artikel liefern muss um mit der Konkurrenz mithalten zu können Robo-Journalismus genau es wird immer weniger weniger Wahrheitsgrad und immer weniger investigativen Journalismus da geben und der richtige investigative Journalismus meiner Meinung nach ist so wichtig um wieder das Stichwort Demokratie zu arbeiten aber gibt es denn nach dem was wir gerade so gesagt haben überhaupt Raum für investigativen Journalismus weil wenn man eigentlich wenn wir jetzt ein bisschen nochmal so auf so eine Metaebe philosophisch gucken nehmen wir mal die kattischen Fragen wie war das was darf ich wissen was darf ich hoffen was ist der Mensch und was war das noch vierte die kattischen vier Fragen von Kant waren noch wer bin ich was darf ich hoffen und ich muss meine Philosophie heft dann wieder aufs Kram von der Schulzeit oder das Buch aber nein lange Rede kurzer Sinn in dem Sinne wenn man ja eigentlich sagen jetzt okay alles was ich weiß ist dass ich nichts weiß oder ich kann alles wissen und gar nichts wissen irgendwie worauf können wir uns dann trotzdem einigen ich glaube das ist so mein persönliches Ding worauf ich gerne raus möchte ich möchte hinaus möchte ich möchte gerne die Menschen hinweg zu bringen dass sie sich irgendwo einigen können dass sie sagen können okay ich bin zwar vielleicht in meiner persönlichen Auslegung und Präferenz gehe ich mehr in die eine Richtung und du mehr in die andere aber zum Geweihen wohl von uns allen weil wir nur gemeinsam existieren können und was erreichen können einigen wir uns auf etwas dass wir Mensch sind dass wir Mensch sind das uns vorausbringt ja und deswegen ich würde dich ja gar nicht in deiner Religion in deinem politischen sonst was irgendwie beschneiden wollen aber das Problem ist glaube ich was dahinter liegt ist es geht verloren dass man sagt ich lasse zu dass du eine andere Meinung hast und ich es ist schwer in Worte zu fassen muss man fast sagen also das Ding ist mein Ding wäre wir alle arbeiten irgendwo auf einer gewissen Ebene auf selbe Ziel hinaus und das bedeutet für mich irgendwie als Menschheit dann weiter zu existieren dass wir uns wenn man möchte kann man Kinder kriegen dass die weiterhin gut leben können und dass wir irgendwie alle eigentlich das ist jetzt die tolle Utopie wo du von meinst ist nochmal auch Weltfrieden uns geht es allen gut jeder Mensch ist gleich und so weiter und so fort aber davon sind wir ja irgendwie sind wir gefühlt sehr nah dran und ganz weit weg gleichzeitig und deswegen ich frage mich wie können wir aber dazu hinkommen eher zu sagen wir kreieren was wir schaffen was wir setzen unsere Schaffenskraft ein unsere Lebenskraft ein was schaffen wir schaffen dass keiner sich ausgeschlossen fühlt dass keiner dass alle friedlich zusammen existieren können oder Koexistenz das auch wäre schlecht weil er macht auch jeder nur sein Ding wie können wir es schaffen in einer gemeinsamen globale Gesellschaft zu haben da brauchst du auch wieder eine Leitkultur das ist auch ein Problem ich mag es im Deutschen warum müssen wir das denn haben ich verstehe das nicht wir können doch nicht acht Milliarden Menschen erwarten dass acht Milliarden Menschen das gleiche Ziel haben das gleiche wollen und da muss die Empathie her von uns dass das nicht sein muss aber nicht nicht vielleicht so in dem so short term thinking dass ich sage was kann ich jetzt mache ich die nächste das nächste Jahr die nächsten fünf Jahre oder vielleicht sogar meine Lebenszeit aber eher so wir als Menschheit wo ist all die Menschheit eigentlich hin wer entscheidet das können wir das gemeinsam mit entscheiden und beeinflussen aber ich glaube jeder kann das so beeinflussen aber und du bist nicht ausgeschlossen wenn du dein core deine Leute hast eben deine Familie Freunde und deinen Kreis eben hast aber aber es ist auch für mich ein großes Problem wenn wir nur versuchen über kleinen Randgruppen oder Parallelgesellschaften das Ganze zu regeln ja jeder kann wie er will ja das ist schon klar aber wir merken dass wir in einer Schicksalsgemeinschaft diesem Planeten sind das geht nicht das ist genau der Punkt das immer weiter zu atomisieren und immer weiter zu provinzialisieren es braucht eine gemeinsame kollektive Aktion der Menschheit und das Ding ist wir reden so oft von Globalisierung aber wenn wir von Globalisierung reden dann machen wir meistens so einen Wirtschaftsstammtisch daraus aber wir verstehen nicht dass Globalisierung mehr heißt als nur Weltmärkte erschließen Globalisierung heißt einen neuen Modus des Seins erschließen wo wir uns als Erdling oder als Menschheit auf diesem Planeten Terrarium wie auch immer aber es ist sehr wichtig Nietzsche meinte vor 110 Jahren schon wenn es das gemeinsame Ziel der Menschheit nicht gibt fehlt dann nicht auch sie selber noch gibt es eine Menschheit gibt es nicht nur einfach nur eine Ansammlung von Menschen da ist das Problem Demokratie heißt nicht 8 Millionen Menschen da zur Wahlurne zu schicken weil das wäre nämlich ein großer Trugschluss damit hat die griechische Demokratie überhaupt nichts zu tun überhaupt nicht in welche Richtung gehst du denn wenn du 8 Millionen Individuen hast Milliarden Milliarden ja sorry Milliarden du kannst auf Tülle das war deine falsche Entscheidung falsche Entscheidung sorry ich glaube wir müssen mal ganz kurz mal zum Auflockern wieder nochmal so einen Schnaps trinken wir müssen wieder zurück zu den Hauptfragen kommen so langsam kommen wir doch auch wieder so ein bisschen ich komme so mega ins Schwitzen das ist nicht richtig habt ihr eigentlich die Pizzen gegessen nee nicht ganz weil ich wollte doch den Leuten nicht die ganze Zeit voressen ich habe ein Stück gegessen aber das war die falsche Entscheidung ja Torge das war deine falsche Entscheidung die kleine Spotsfrin no rest no fun das ist mein Motto aber eigentlich ist das ein super Übergang es trifft wirklich den Geist der Zeit mit Clubhouse weil kann man Eigenwerbung machen für uns als Publikation dass wir einen Blog ich glaube schon wir haben einen Blogpost veröffentlicht über Clubhouse da war ich der Ghostwriter mit dem Input von unserem Team was mitgeholfen hat den zu veröffentlichen aber da an der Stelle auch nochmal Shoutout generell an Torge Torge hat heute Torch hat heute eine der geilsten Artikel geschrieben der je bei uns auf dem Blog gelandet ist aber weil wir ja hier nicht gebrandet sind oder sonst was dürfen wir natürlich auch nicht den Link sharen sagen wir nicht wo es den gibt wenn ihr ihn selber findet dann ist das sehr gut aber Clubhouse ist nochmal jetzt genau das erste Thema auf der Liste und das ist jetzt das Thema ich glaube wir haben unseren Rahmen unser Format unser Konzept jetzt so ein bisschen gefunden also wir erörtern Themen eigentlich ist es okay aber das heißt am Anfang der Sendung nehmen wir uns zwei Minuten und sagen das sind die Top 5 Themen 1, 2, 3, 4, 5 ich glaube fast ein Thema reicht ehrlich gesagt ich glaube ein Thema reicht wir haben wenn du guckst wie viele Themen wir heute ja jetzt schon hatten also da war Motto der Mato Shin gespielt hat wir haben Pit angerufen wir haben eine philosophische Diskussion gehabt wir haben Bier getrunken ich mache übrigens ja gerade noch eins auf ein Fox Beer und da war wirklich von allem was dabei mir kam das Business Zeug noch ein bisschen zu kurz aber das ist halt meine persönliche Meinung sehr gerne das können wir auch beim nächsten Mal noch oder heute noch aber genau wir können es ja jetzt dann bringen wir es jetzt auf die Business Ebene von dieser Philosophie zurück aus Praktik das ist nicht nur dass ich es auch verstehe nee du musst hier gar nichts verstehen also hier ist alles desto weniger du verstehst desto besser warum versuchen wir denn überhaupt ein Konzept zu machen für die Follower wir müssen es frame wir müssen es frame damit die Leute verstehen dass wir gar kein Konzept haben weil den Leuten reicht nicht zumindest die Initial Followers denen ich das geschickt habe und ihr auch da war das Feedback so ein bisschen ja so nach dem Motto okay warum soll ich euch zuhören wenn ihr euch noch die Taschen voll haut da rumlabert die kennen uns ja nicht ein paar Leute die uns kennen hören uns zu ein paar Leute die uns nicht kennen ja aber warum sollen uns denn Leute zuhören die lernen uns kennen das ist ein guter Punkt muss uns gar keiner zuhören die können das auch nur für uns machen ja stimmt also ich höre mich gut ich mich auch das macht sehr viel Spaß ja auf jeden Fall das heißt da Katten werden fast selbst wenn wir das nie jemandem zeigen das heißt wir ja aber deswegen Clubhouse ist wirklich ein gutes Stichwort weil ich finde da kondensiert sich oder wie sagt man destilliert sich einiges in diesem ganzen Thema weil ich versuche es jetzt erklären den Leuten erstmal kurz was Clubhouse ist weil ich bin überrascht gewesen wie viele Leute gar nicht wussten was das ist ich habe jemanden auf Facebook gesehen der hat geschrieben ich hätte ihm auch antworten können habe ich natürlich nicht gemacht das weiß ich ich habe es vergessen aber unseren Followern von dieser Show antworten wir immer sofort es tut mir wirklich leid das waren keine Followern unserer Show der hat gefragt kennt sich jemand mit Clubhouse aus und ich dachte mir so wo kam die Frage einfach so random in deinem Newsfeed einfach und ich habe mich nicht getraut ich bin so ein bisschen okay und dann schreibt jemand ja ich kenne mich da ein bisschen aus und dann meint er ich habe mich da angemeldet und warte bis heute noch auf meinen Invite seit drei Tagen man kann sich auf die Warteliste setzen aber wenn das ist ja tricky okay also jetzt gute Frage hinterm Mischbrüllt kurze 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 TLDR ähm Clubhouse ist muss ich das eigentlich ausbellen Iva weil wenn die Person die den Post gemacht hat das ja jetzt sieht das war ja nicht böse gemeint das war nur eine objektive Beobachtung wir kriegen okay ja stimmt also dann hilft der Person aber wenigstens jetzt damit du sagst was denn das Problem ist genau das Problem ist man kann nur invited werden von einer anderen Person genau die schon in der App drin ist das ist das Prinzip von der App weil es in der Beta-Phase ist oder man kann sich anmelden kommt auf eine Warteliste und wenn dann deine Kontakte schon drin sind wirst du denen quasi vorgeschlagen dass die dich reinholen können wie so ein Rettungsboot genau aber es ist nicht eine App wie nee wie YouTube oder eine andere nee es ist nicht eine App wo du sehr exklusiv leider und dann ja dich anmelden kannst ganz genau es ist sehr exklusiv und wenn man auf die Entstehungsgeschichte von Clubhouse guckt dann versteht man auch warum warum es ist kommt aus dem Elfenbeinturm der Elfenbeintürme das mache ich jetzt gar nicht böse nein es kommt aus dem Silicon Valley und der Silicon Valley ist man mag es kaum glauben auch relativ exklusiv und in sich geschlossen und auch eine gewisse Bubble das jetzt sehen wir uns gar nicht mehr schwarze Bildschirme irgendwas jetzt schiefgelaufen schiefgelaufen der Podcast also hier ist Fake to Black Fake to Black Back to Black also hier ist für jeden was dabei bei diesem Podcast das lässt sich nicht beirren von eurem Gespräch von eurem Gelaber ich habe kein iPhone redet ihr ruhig über Clubhouse aber good news good news aber sie haben heute announced oder gestern und heute the news broken investment sie suchen Android Developer weil sie entwickeln die jetzt auch für Android die App sehr smart eine Milliarde Rating eine Milliarde Bewertung wäre es schon mal Zeit auf was für Android zu machen Unicorn ganz wichtig eine Milliarde nach acht Monaten nach acht Monaten Milliarden Unternehmen und das ist genau der Punkt das ist doch ein perfektes Beispiel für unsere Diskussion wie wird ein ökonomischer Wert so kreiert Unternehmensbewertung ist ja auch ein Art in the Science für sich aber für eine Milliarde Investoren behaupten dass diese Plattform Potenzial Potenzial hat dass man damit Geld verdienen kann das ist das Einzige was die gucken hat das Potenzial das ist eine Wette hat das Track Record und dann gucken die okay da sind jetzt wie viele User hat das mega mega viel 2 Millionen so viel Hype alleine dass wir jetzt hier darüber reden zeigt es ja schon weil der Hype ist real weil alles fängt ja mal an das kann jeder beim nächsten Facebook dabei sein und das sieht jetzt momentan so aus wenn es so weiter gehen würde ob das so und das ist eigentlich spannend eigentlich können wir ja uns das vielleicht so ein bisschen so als so ein Rahmenthema nehmen manchmal dass wir sagen wir gucken mal dir beim Essen zu das ist auch spannend nee wir wir nehmen wir nehmen so Business und Wirtschaftsthemen und versuchen die ein bisschen mehr mit einer gesamtgesellschaftlichen philosophischen Meta-Ebenenbrille irgendwie zu analysieren ein bisschen einzuordnen weil Wirtschaft entsteht ja auch das mag ich das magst du oder das ist gut weil ich finde es ist auch wichtig dass wir über Business reden dass wir über Geld reden über ökonomische Incentives und so weiter weil das war immer ein Treiber für die Entwicklung der Gesellschaft der Menschheit ja und ich finde es sehr interessant dass ein eigentlich total menschliches Bedürfnis gesehen und gehört zu werden oder eigentlich in dem Fall bei Clubhouse nur gehört zu werden dass das mit so einer Werte wie nennt man das Geld ist eigentlich eine Einheit für nominaler Wert oder eigentlich eine Storage Unit für Wert das ist eigentlich ein Glaubenssystem wir glauben also wir rum jetzt sind wir beim Thema ein nominales Wertesystem genau also Fakt ist Geld ist ja auch neutral Geld ist was wir als Menschen daraus machen es ist an sich als Einheit auch eine Informationsanheit komplett neutral digital das ist eine digitale Einheit das hat ja mit der Schrift angefangen das System Dezimalsystem Schrift und hier und alles das sind ja alles digitale Prozesse genau Digitalität hat nicht erst vor 50 Jahren angefangen das stimmt das stimmt sondern vor 5000 Jahren das stimmt und mein Punkt ist folgender aber jetzt bemessen wir das ist ja das Interessante dieses menschliche Bedürfnis das so ursprünglich ist wird jetzt bemessen von Leuten deren Aufgabe egal wie schön sie es verpacken aber es ist Geld zu verdienen wenn man jetzt versteht auch wie Venture Capital funktioniert das bedeutet ich will mir niemandem zu nahe treten aber Torge Torch bitte das ist doch genau das Problem weißt du weil das ist diese Metadiskursebene wo man nirgendwo in fast keinem Podcast oder in fast keinem Kontext hinbekommt weil wir immer sofort das einfach als gegeben akzeptieren genau aber es ist ja nicht gegeben wir treffen uns und das ist gegeben wir spielen das Spiel vom Geld machen und sich selbst profilieren und hier und da aber wie gesagt diesen Breakthrough hier zu schaffen das finde ich genial aber sehr gut dass du das was normalerweise selbstverständlich ist und was selbstverständlich ist geht meistens unter in der Debatte nochmal so hervor oder wir sind komplett den Faden verloren es tut mir so leid ich weiß jetzt nicht was die Quintessenz die haben wir ja ich glaube ich bin repräsentativ für diese Leute die hier zuhören ja ich bin eure Stimme das ist sehr gut und das hat Ivan ist die Stimme ich muss das immer ein bisschen runter aber stell dir mal ein paar Fragen ja stell dir mal vor Philosophen und vom Venture Capitalist wir sind vom Clubhouse zu connecten das ist das von Hype auf Venture Capital und Geld das ist aber eigentlich ein zutiefst menschliches Bedürfnis berührt das Connecten oder das Geld jetzt beides wir ziehen das mal von der erst mal von der Business Seite auf nochmal wir gucken uns jetzt mal an was ist was wir Leute eigentlich an der Oberfläche sehen das ist glaube ich was du auch gerade so ein bisschen sagen wolltest was wir als gegeben hinnehmen wir hinterfragen Wirtschaften nicht wir hinterfragen das Internet nicht mehr wir hinterfragen Smartphones nicht mehr wir nehmen das einfach das gegeben hin machen wir jetzt mal Customer Journey also du gehst du gehst jetzt auf Facebook stell dir vor du bist auf einmal dein Connection da von Facebook und stellst die Frage was ist denn eigentlich Clubhouse auf einmal reden alle darüber und entweder bist du so gepolt dass du sagst ja ich will unbedingt dabei sein wenn die anderen das machen muss ich es auch machen manche anderen Leute machen dann genau das Gegenteil oh ein Trend fuck that shit will ich nichts damit zu tun haben aber die meisten Menschen sind wahrscheinlich irgendwo so in the middle die einfach sagen gucke ich mal an mir mal an probiere ich mal aus und die Frage bis wann es wen zuerst erreicht und in dem Fall es kommt aus dem Silicon Valley es hat zuerst die Menschen im Silicon Valley fasziniert ohne Wertung also ich mag das Silicon Valley von dem wie ich es einschätzen kann ich kenne jetzt niemanden direkt dort gerade oder nur zwei Personen oder so glaube ich irgendwie im weitesten Sinne ist auch egal fuck Butter bei die Fische dass ich nur sagen will die Menschen dort leben aber in einer sehr eigenen Welt für sich und es spricht sie an und das Interessante ist sie schließen eine Wette darauf ab dass es auch noch potenziell vielleicht mehrere Milliarden Menschen da draußen auch ansprechen wird und das ist so interessant so diese Wette hat das Ziel dann zu sagen okay wir wollen Geld damit verdienen da würde ich jetzt da könnte man jetzt noch weit ausholen warum das so ist warum die Leute damit Geld verdienen wollen wen die da happy machen will und wer da Geld verdienen will aber Fakt ist einfach eigentlich ist Clubhouse ja gar keine Rocket Science was ist ja auch nicht Facebook ist ja auch keine Rocket Science genau und das ist genau der Punkt es spricht aber irgendwas an uns Menschen an dass die meisten Menschen dann irgendwie sagen okay es ist cool weil wir zuerst Menschen sind bevor wir Wissenschaftler sind Wissenschaftler ist das Ding ist ja wir wollen ja lernen und connecten das ist mal das connecten mittlerweile seit einem Jahr du hast gesagt das ist vor einem Jahr etabliert also gegründet worden Covid wie viele Events gibt es denn draußen wie viele Festivals gibt es denn draußen wie viele Conferences gibt es denn draußen das ersetzt sozusagen glaube ich die Conferences das ist jetzt das Medium wo die Leute sich treffen Informationen austauschen und ihr Ego pushen können sonst war es wahrscheinlich immer auf den Conferences hier das ist meine Business Card ich bin Co-Founder von XYZ und das Interessante ist aber auch dass diese Bubble aber ein bisschen zugänglicher geworden ist zumindest für die Leute die schon drin sind im Sinne von du kannst auf einmal so diesen ich sag jetzt mal so Influencer ich meine jetzt nicht so Instagram Influencer aber so sondern im Sinne von Leute deren Meinung irgendwie in öffentlichen Wahrnehmung Gewicht hat den kannst du Thought Leaders den kannst du auf einmal haben wir da so ein Button für Thought Leaders da brauchen wir auch einen Button ne ich hab nur den immerhin immerhin reicht aber Thought Leaders die Gewicht haben auch Macht in dem Sinne haben weil sie Meinungen und Gedanken beeinflussen können von anderen das ist ja wieder das Bedürfnis dass die Leute immer nach Leadership suchen das ist zutiefst menschlich glaube ich aber das ist von Meinungen reden wie viele Meinungen werden dann heute noch im Subjekt formiert und wie viele Meinungen werden übernommen im Kollektiv formiert genau und dann quasi mit der eigenen Meinung quasi verwechselt so Fremdmeinungen die übernommen werden aber das ist nicht dann der Link die Leader haben die immer auf den Konferenzen gefunden wo finden die die jetzt Clubhouse war das neue Medium um die jetzt zu finden um denen zuzuhören aber auch nicht jeder ist auf den Konferenzen weil ich glaube auch für unterschiedliche Menschen sind unterschiedliche andere Menschen die die jeweiligen Leader ich versuche mir dann jetzt immer fortzustellen also ich nehme Clubhouse aktuell als eine komplette Bubble war in der deutschsprachigen Szene also über LinkedIn Instagram und was auch immer und persönliche Gespräche und Whatsapps was auch immer hängen da eigentlich aktuell nur Startupper Gründer in dem Sinne eben also Unternehmer im weitesten Sinne in der Digitalszene Investoren und Marketingleute und irgendwelche so vermeintlichen Experten ab die irgendwie Marketing oder was auch immer Experten sind die auch nichts anderes sind als eigentlich eine Stimme die irgendwie Themen einordnet und weiterverbreitet aber das würde ich jetzt auch nicht generalisieren weil da machen wir glaube ich den Fehler du bist mehr in der Szene drin ja du hast die Interessen angegeben du kriegst wahrscheinlich nur das mit ich habe andere Interessen angegeben ich kriege was ganz anderes mit erzähl mal was siehst du bei Clubhouse das ist jetzt spannend was wird dir angezeigt wahrscheinlich Philosophie Theologie Kehlkopfgesang Kehlkopfgesang all diese Sachen mehr sehen und diese Experten oder Leute ich sehe auch viel mit Lesen Meditation Spirituality Ja das mache ich überhaupt nicht habe ich überhaupt nichts mit zu tun und Lesen Nein ich weiß doch aber oder oder Fitness und nicht das heißt jeder der Nachbar würde vielleicht Kochen mehr sehen ja das ist spannend und ich glaube das ist auch das Potenzial was dann wiederum die Investoren sehen dass sie sagen eigentlich das ist Potenzial was für jeden weil jeder kann sich dann austauschen oder zuhören beim Austausch anderer zu Themen die sie interessieren das finde ich das ist auch sehr gut und das ist in dem Sinne wie gesagt deswegen der Bogen gespannt zutiefst menschlich weil jeder will irgendwo dazugehören und Audio als Medium bietet die tolle Möglichkeit zu sagen nicht zu sagen sondern zu fühlen ich bin da dabei obwohl ich gar nicht mitgespreche ich glaube warum das so viral geht ist glaube ich wirklich ich ich ziehe das jetzt nur auf mich aber ich glaube aus meiner eigenen Erfahrung ist es dass du da die Golden Nuggets bekommst uff da werden jetzt die Sachen erzählt die mich vielleicht weiterbringen oder ich lerne das wenn ich ich joine da gratis und das ist jetzt so der Hype das ist cool ich will da join wenn ich das nicht mache verpassen aber gegenfrage könntest du nicht auch in herkömmlichen Podcasts in dem Sinne so Insights bekommen oder auch aus dem Buch oder irgendwas also warum muss es jetzt nur dann passieren wenn man gerade live bei Clubhouse zuhört weil das jetzt am Anfang eine mega Opportunity sein kann wenn ich es nicht ausfüllen die Leute haben auch vergessen wie man Bücher benutzt die wissen wie man so eine App benutzt und die verstehen dass sie diese App für solche Informationsakquisitionen benutzen kann wir sagen doch immer man muss oder Business sagen du musst früh dran sein jetzt sind wir früh dran und jetzt wird das so ein bisschen in Frage gestellt aber würdest du sagen ich stelle dir jetzt mal vor wie sieht Clubhouse in einem Jahr aus wenn es geöffnet ist schon für die größere wie sagt man so the wider public also für die Allgemeinheit in mehreren Ländern für die Leute mit Android und die Leute mit Android genau vielen Dank aber wirklich ich denke mir immer weil es ist immer genau das Problem weil du hast einen guten Punkt gesagt und dann hast du zwei Klassengesellschaft Android und iOS und dass du da auch ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt hast gerade im Sinne genau weil ich habe bei den Interessen all diese Themen angegeben sodass ich nur diese Bubble angezeigt bekomme stimmt und das ist eigentlich genau ein Punkt ich würde gerne auch öfter noch wieder mehr außerhalb der Bubble Wissen aufnehmen und bin offen dafür und weil ich immer sage die Leute dann schätzen was sie von anderen lernen können das ist ja das generelle Problem bei allem alles was du angibst die Cookies die du nicht isst im Internet jetzt müssen wir kurz Cookies erklären äh ja also es ist ja alles alles das ist ja das ist ja es saved ja saved ja deine Interessen etc das heißt vieles was du siehst Social Media Internet ist gefiltert nach dem was du vorher gesucht hast und deine Interessen das heißt jeder lebt in seiner eigenen Bubble ich sehe die Wahrheit so die Welt so du siehst die so du siehst die so das heißt du nimmst jetzt wahr es sind so viele primär ja Business VCs und Entrepreneurs die glauben die werden das ist halt dein Blickwinkel weil du diese Interessen das heißt der Algorithmus füttert dir das noch aber ich würde gerne auch nochmal andere Themen sehen ich bin nicht ich will nicht festgelegt sein nur darauf das ist ja genau der Punkt aber du hast das ja ausgesucht genau was machen die denn weil das Ding ist gucken was du guckst okay dir gefällt zack wir wollen dein Interesse haben genau das Problem ist aber leider die Algorithmen füttern uns immer nur schon was wir schon kennen aber ich möchte genau ich möchte ja eigentlich auch Dinge sehen und hören und auch mal andere Meinungen und konträre Meinungen und andere Blickwinkel die ich noch nicht kenne 99% der Leute wer möchte das denn das ist ja das das ist ein Problem Widerstand kostet Energie ich suche ja gar keinen Widerstand ja aber wenn du eine Information mitbekommst gegen die du dich abfiltern möchtest und du sagst okay diese Information entspricht nicht meiner Einsicht oder meiner Wahrnehmung du guckst das weniger dann willst du das nicht wenn du es weniger guckst können die weniger Geld machen wegen Ads deswegen ist es ja das ist interessant bei Clubhouse da argumentieren sie ja dass das potenziellerweise ein Medium oder eine Plattform sein wird die nicht durch Ads ihr Geld verdienen wird da wirst du dann dafür zahlen dass du exklusiven Access bekommst zu den Sachen die du wirklich hören und sehen willst aber nicht sehen da finde ich das ein generelles das weiß sie auch gar nicht kann ja auch sein dass das noch kommt da kommt ein anderes Problem jetzt hast du gesagt wenn jeder da Content sharen kann es gibt ich bin jetzt schon an dem Punkt wo ich mir denke okay ich fühle mich wirklich wie sagt man es ist zu viel Information draus und ich kann das nicht mehr richtig filtern was was will ich jetzt gucken was prioritisiere ich was diese Informationsträgheit die Überflut das ist ein mega Problem Überforderung einfach auch natürlich was ich eine neue Resignation gegenüber der Information neue Business Idee warum 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 sagt mir wenn du bereit ist ja okay so anstelle die Information zu filtern oder zu gucken okay ich will jetzt muss ich gucken dass ich es richtig überlege dass ich es richtig erkläre okay jetzt filtern wir es okay ich will die Information haben die Information die Information die Information aber wie filter ich denn diese Information es gibt ja so viel von verschiedenen Autoren und verschiedenen Personen das ist die kognitive Eigenleistung oder das ist es ja eben das ist kognitive Eigenleistung beinhaltet ja das was geleistet werden muss dass Energie aufgebracht wird aber und wenn ich dich jetzt denken kostet Energie klar ich vertraue dir und ich kenne dich so gut ich weiß dass das was du sagst ich gebe dir recht ich will genauso vielleicht nicht genauso werden aber ich will ein Stück so werden wie du oder das wissen was du weißt ich würde gerne wissen was du liest was du guckst was du dir anhörst und alles das selber lesen das heißt ich muss nicht mehr den ganzen Schwachsinn also Schwachsinn ich will nicht alles sondern ich will sagen ich will Torgis Informationen folgen ich will deinen Informationen folgen das heißt ich filter die Informationen basiert auf die Person die ich wertschätze und teilweise ein bisschen ein Stück davon abhaben will das ist ja das ist alles schön und gut und ich finde das auch sehr gut dass es diese persönliche Ebene von Informationszuschneidung und Einstechnung gibt dass du tatsächlich in der Lage bist das Netz zu befragen und nicht nur eine Informationswelle über dich ergehen lässt wie in den alten Medien zum Beispiel im Fernsehen da hast du nicht als Nutzer deine eigenen persönlichen Interessen oder Präferenzen die mit einfließen hier hast du es aber es ist eine sehr paradoxe Situation in der Hinsicht dass du zwar die Macht unter Anführungszeichen hast deinen Content zu wählen aber das Problem ist dass du aber in die gleiche Falle tritt weil du wahrscheinlich wieso willst du dann annähernd zu sein wie ich oder das lesen was ich lese wieso weil ich sehr gute Videos habe auf YouTube weil ich ein sehr guter Video Editor habe der es so aussehen lässt also weißt du das ist auch sehr viel Effekt und sehr viel ja aber das hängt jetzt zu einer Person ab wenn ich dich jetzt nur kennengelernt habe und nur alleine wie du jetzt redest das Ding ist das Schöne ist wir haben uns ja nicht online kennengelernt deshalb ist das ja so viel einfacher und diese ganze Ambiguität ist nicht da weil wir ein analoges Verständnis aufbauen konnten bevor wir uns in die digitale Welt aber gutes Stichwort weil gerade jetzt wieder der Filter Bubbeln der ich mich so bewege habe ich heute gerade erst gelesen so ein großes Rahmenthema ist New Media New Media Form jeder kann heutzutage relativ schnell eigene Publikationen veröffentlichen eigenes Medienunternehmen eigene Zeitung sagen wir mal gründen digital da hat jemand geschrieben er hätte heute das erste Mal einen Freund getroffen also jemand auch aus dem Silicon Valley muss ich dazu sagen Amerikaner er hat gesagt er hat das erste Mal nach einem Jahr Freundschaft die Person physisch getroffen ein Jahr lang haben sie nur digital diese Freundschaft aufgebaut und er hat Covid bedingt ja aber er hat hervorgehoben dass er gesagt hat dank der digitalen Möglichkeiten können wir heutzutage noch viel mehr solcher Freundschaften die eigentlich interessenbasiert sind wie du gerade eigentlich sagst interessenbasiert aufbauen es ist keine richtige Freundschaft das ist so wie definieren wir Freundschaft wie definieren wir menschliche Beziehung aber er war sehr happy dass er meinte er hat gemerkt dass sie auch wenn sie sich jetzt das erste Mal nach einem Jahr erst persönlich getroffen haben das das war keine Voraussetzung mehr dass sie sich zuerst persönlich treffen um dann diese Beziehung vertieft zu können sie haben schon eine Beziehung vertieft und sich dann erst getroffen aber dann haben wir eine Überflut an Informationen und an Freunden und nicht genug Zeit um die Informationen und Freunde zu verdauen in seinem Fall war es so es war verdaut weil sie haben ein Jahr lang auch co-kreiert also Beispiel jetzt so wie wir uns ja auch kennen also man muss ja sagen wir arbeiten ja an gemeinsamen Projekten Remote First wir müssten nicht am selben Ort sein wir müssten nicht in Luxemburg sein wir könnten irgendwo auf der Welt sein und da kann ja sein wir könnten uns wir könnten telefonieren eben über Zoom mit Video ohne Video wir können gemeinsam erst erarbeiten was auch nur rein digital stattfindet aber allein auch das gemeinsame Kreieren schafft schon eine Nähe das gemeinsame man muss sich austauschen Ideen generieren Ideen Lösungen finden das schafft auch eine Nähe es baut auch Freundschaften auf natürlich kann man im digitalen kann man natürlich solche Kooperationen aufbauen aber was ich an diesem Punkt anbringen will ist da ich Chinesisch gelernt habe und auch gelernt habe wie sehr sich die chinesische Sprache über die letzten 50 Jahre auch geändert hat wie da auch aktive politische Beschlüsse sogar die Form der Sprache und der Kommunikation beeinflusst haben und unsere sozialen Medien sind ja auf eine Präferenz zur Positivität aufgebaut nicht durch eine Neutralität du hast eine Freundesliste keine Feindesliste auf Facebook und das erste was wir hatten als Funktion war ein Like kein Dislike das kam erst viel später es ging nur über das akkumulative Like du konntest das gute das Like das Mögen quantifizieren oh ich habe 100 Like 150 Like eher Like dass du besser und diese Quantifizierung der Qualität hat erst in diesen sozialen Medien so diesen Stellenwert erreicht wie gesagt weil solche sozialen Medien gegen Negativität sind Negativität heißt nicht obwohl sich da so viel Hass und Negativität aber auch erzeugt und in den Kommentarspalten in den Folien aber versuch mal heute also ein Trollkommentar auf Facebook zu posten wie schnell bist du reported da ist auch schon so eine innere Stasi auf Facebook die da immer das klingt jetzt negativ und ich verstehe auch was du meinst dann kann man jetzt diese Diskussion führen auch mit Twitter und Banning Trump und so weiter und so fort das parke ich mal ganz kurz das Thema es ist ja aber gut dass es eine Moderation oder ein Reporting gibt dass Bots ausgefiltert werden dass wirklich schädliche Inhalte entfernt werden auch automatisiert entfernt werden aber da stelle ich mich die Frage wer sagt ob das schädlich ist oder nicht heutzutage wird ein Hype aber Beispiel dass man einen reportet normalerweise wenn du jemanden reportest dann machst du das einfach weil ich sehe heute sehr oft auf Facebook dass Leute das angeben dass sie reporten weil sie sehr gerne positiven Feedback darüber haben dass sie reporten und dann schafft das so eine wirkliche das heißt ich kann auch eine Art nochmal also er meint er kann eine Art also ich als User jetzt nicht du der ich aber man muss sich immer so in dieses so in einen anderen Menschen hereinversetzen ich kann eine Form der Bestätigung finden indem ich eine Aktion ausführe auf Facebook in dem Fall heißt das ich reporte irgendjemanden oder irgendeinen Kommentar oder irgendwas und weil Facebook darauf reagiert ob jetzt ein Mensch dahinter saß oder Facebooks Algorithmus dann das aktiv bearbeitet und sagt okay du hast recht diese Form der Bestätigung die gibt den Menschen was meinst du genau das kann ja bei allem sein das kann bei Likes sein das kann das ist ja nicht nur aber das Problem ist das ist es ja wer sagt denn ich sage das ist meinungs also ich wollte sagen aber wenn ich was sage diese Klickkultur was mit unserem Dopaminhaushalt und unserer Art und Weise wie unser Nervensystem auf Dopamin reagiert ich glaube natürlich für jeden Mann und Social Media wird das nur aus was ich nur sagen wollte ist wenn ich was sage was dich verletzt du reportest mich auf Facebook oder Twitter Twitter löscht meinen Kommentar was auch immer es ist wer hat denn jetzt recht du ich ich habe was gesagt was dich verletzt hat aber das ist das ist wirklich das würde ich auch gerne du kannst ja reporten aber wenn ein Hype eine Kultur um das reporten entsteht das ist so wie ein Mächtigertum des Reportens ja aber wer nimmt denn die Entscheidung dann gibt es ja trotzdem einen Zwischenmann hier natürlich wir wissen ja dass die Instanz die entscheidet ja keine vereidigte oder was auch immer Instanz ist das ist nur ein Privatunternehmen was da irgendwelche Ethikmanager oder was auch immer ich glaube wir müssen uns dann nochmal auf so eine gemeinsame Ebene jetzt nochmal bringen das ist ja auch schon mal so ein Punkt gewesen wo wir gesagt haben genau darum geht es mir wir müssen Konsens schaffen und gemeinsame Verständnis schaffen dass wir nicht denken wir meinen das gleiche dabei meinen wir andere Sachen das ist nämlich eine große Gefahr an dieser heutigen veröffentlichten oder in der öffentlich gewordenen Diskussionsführung oder Diskursführung ich glaube was du jetzt sagst Ivan das ist mehr so ein sagen wir mal es geht um gewisse intelligentere Diskussion Meinungsäußerung Austausch und so weiter und natürlich du gehst in eine ähnliche Richtung und was für mich aber ein Anliegen ist ist zum Beispiel zu sagen okay schädliche Inhalte sind für mich sagen wir mal ein Beispiel so wie jetzt islamischer Staat ihren Haupt und irgendjemanden das wird dann gepostet auf Facebook da bin ich sehr dankbar dass es da Bots gibt oder leider gibt es auch Menschen wenn ich ganz kurz sagen kann da gibt es auch leider Menschen die auch psychologisch stark darunter leiden da gibt es Artikel drüber so diese Units bei Facebook wo Leute den ganzen Tag nur so eine Scheiße sich angucken um das dann rauszufiltern und zu sagen das muss gelöscht werden das ist psychisch belastend das ist wirklich die haben so wie posttraumatisches Stresssyndrom das ist ein scheiß Job und ich will nur sagen aber ich bin froh dass da eine Content-Moderation stattfindet weil diese ungefilterte Content-Moderation ist notwendig aber ich bin gegen eine Denunzianten-Kultur auf diesen sozialen Medien und die würde ich jetzt so einordnen wenn es darum geht ich sag jetzt mal irgendwie ich mag die Farbe Blau nicht und weil irgendeinem diese Aussage nicht passt werde ich reportet das ist so Denunziantentum und das ist das eben gerade wo wir hinsteuern da steuern wir gerade hin dass diese und das da merkt man wie sehr das Internet amerikanisiert ist das ist immer sehr mit der amerikanischen politischen Situation zusammen aber wie kannst du das ein bisschen präzisieren wenn das geht du redest von Silicon Valley und das heißt in Silicon Valley sind ja so viele interessante Menschen die eventuell gute Ideen haben um die Welt und die Menschheit zu verändern und um vielleicht etwas zu entwickeln was sieben bis acht Milliarden Menschen vielleicht nützlich finden genau das neues Werkzeug annehmen und trotzdem sind das die Kulturmacher dort in Silicon Valley und diese Kulturmacher sind ja nicht neutral wenn wir davon ausgehen dass diese Menschen als Kulturmacher irgendeine höhere Instanz sind nur weil die intelligent genug sind um digitale Medien zu manipulieren dann ist das auch für mich eine große Gefahr weil natürlich auch dieser amerikanische Bias um genauer zu sein wie gesagt es gibt in Amerika es gibt da ganz kurz einhaken es gibt da ganz ganz viele kommen von Verfärbungen und ideologischen Verfärbungen von der Realwirklichkeit darf ich da ganz kurz einhaken glücklich nur ganz kurz dann gebe ich die gleich so zurück soll jetzt auch nicht so sein dass wir uns das zuweisen ganz kurzer witziger Kommentar aber kennt ihr das das Spiel wo man sich das Lachen ins Gesicht wirft ok bleiben wir bei dem ernsten Thema ich wollte es nur ein bisschen auflockern das ist auch wichtig dass wir nicht aber nein es ist ein ernstes Thema weil tief geht und ich will nur sagen stell dir mal vor dass Sieg in Valley wäre in Iran stell dir das mal vor das könnte ja sein stell dir mal vor die Araber haben Algebra so entwickelt damit wir heute überhaupt etwas bauen können ja das stimmt das stimmt das ist während der goldenen Zeit des Islams passiert ich bin kein Islamist um Gottes Willen der Islam hat ganz um Allahs Willen das Ding ist das Ding ist dass wir in Richtung Algebra und so sehr viel aus der arabischen Kultur übernommen haben um überhaupt diesen wissenschaftlichen Durchbruch im 16. Jahrhundert viel mehr als die Leute heutzutage wissen das ist ganz krass vergessen wie viel wir der islamischen Theologie und Mathematik verschulden wenn es darum geht die Moderne herzustellen total das war Grundlage für die Renaissance Silicon Valley wäre jetzt in Iran ja was wäre dann wenn Al-Atollah Khomeini schafft von Silicon Valley jetzt in der Lage wäre Geräte zu bauen die Gesellschaft die Welt ideologisch technologisch und logistisch vereint wie gesagt würden wir dann nicht mit dem lokalen beides dann fortfahren das ist genau der Punkt weil wenn du jetzt wieder schaust das muss man den Leuten ein bisschen vor Augen führen und das ist gar nicht als jetzt Kritik gemeint wie gesagt man muss ja immer aufpassen was sage ich jetzt kann mir das negativ ausgelegt werden das ist halt das aber ich will das ist ja noch ein ganz anderes Topic und viele Leute sagen das dass der Weg ist wo es hingehen aus den Gründen wo eben dass sich das nicht so konzentriert diese Meinungsführerschaft diese Kapital eine Firma da zu sagen hat was richtig ist was falsch weil die Kapitalmacht die Kapitalmacht heutzutage bestimmt ja in dem Sinne auch die die Meinungsführerschaft und den kulturellen Influence weil eben alles in diese ökonomischen Nutzen und ökonomische Bewertung runtergebrochen wird und jetzt kommen wir nochmal ganz schnell ganz plastisch zum Silicon Valley zurück und Clubhouse wieder die führenden Venture Capital Fonds und das sind mit die schlauesten Menschen die so rumlaufen auf der Welt die wie gesagt schließen da wieder eine Wette ab auf ein Produkt was eigentlich allzu menschlich ist und sagen wir können da potenziell mega mega viel Geld mit verdienen weil sie ihren Investoren das verpflichtet sind weil es gibt ja auch bei den Fonds Fonds von Fonds Investoren die in diese Fonds investieren die Rendite erwirtschaften wollen und der Punkt ist genau das du gerade sagst ist eigentlich ein spannendes mal so Gedankenmodell zu sagen eigentlich haben da ganz ganz wenige Leute ganz ganz viel Macht über uns alle ja und was wäre eigentlich wenn dieses Machtzentrum woanders siehst du weil man muss mal sagen diese Menschen diese wie gesagt ich finde Venture Capital großartig und ganz 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 bewundernswert und wie gesagt also ganz toll also im Sinne von da passiert ganz viel Post aber auf der kritischen Seite muss man sagen sind das die Gatekeeper die bestimmte Dinge zulassen oder nicht zulassen weil wenn sie oder auch Private Equity Fonds oder sonstige Finanziers die sagen diese Idee unterstützen wir weil viele Sachen sind zu verrückt die könnten ohne Anschub Finanzierung gar nicht Innovation schaffen Weltraumforschung würde es ja gar nicht geben würde nicht ganz viel Milliarden vom Staat sogar da reingepumpt werden je nachdem was die Modelle sind wisst ihr was ich sagen will Punkt ist folgendes einfach bestimmte wenige Leute entscheiden ohne in politischen Ämtern zu sein ganz krass über das Schicksal von uns allen das ist das Problem dass wir in einer Demokratie zwar sehr gerne die Entscheidungsgewalt und die Deutungssohaut zum Volk zurückbringen in der Theorie aber es gibt immer Interessengemeinschaften die im Schatten der Debatten und der Wahlen solche Entscheidungen trafen und das ist ein dummes Beispiel gerade mit Iran natürlich Iran Persien war eine Hochkultur sehr lange Zeit und sehr weit überlegen über eine sehr lange Zeit in der Welt aber heute wäre ein besseres Beispiel Shenzhen was wenn in Shenzhen jetzt eine chinesische Firma die von einem Hongkong von einem Hongkong aus Hongkong der die britische Lebensart und Weise mit der chinesischen gekoppelt durchlebt hat und vielleicht eine Synthese aus den besten der beiden Welten da macht und vielleicht eine Plattform in Shenzhen kreiert die zwar sehr nützlich ist sehr mit sehr aggressiven und selbstbewussten liberalen weil offene Ideologie auftritt aber die hinter den finanziellen Strukturen und Förderung des Unternehmens trotzdem wieder ein totalitärer Autokraterstaat steht das Ding ist die Autokratie und der totalitäre Mindset verstärkt sich immer irgendwo und wenn wir über Kapital reden dann lässt das ja nur den totalitären Mindset zu es gibt ja nur eine Logik in der Geldwirtschaft du bezahlen oder nicht machst du Geld oder machst du kein Geld jetzt auf unser Konzept aber das kann ja nicht es gibt gute Ideen die Geld machen und gute Ideen sind das gibt es ja das ist ja schön und es gibt gute Ideen die kein Geld machen und die kommen vielleicht gar nicht zur Geltung und die dann zu guten Ideen werden weil sie viel Geld machen weißt du was ist los ich mache jetzt auch meinen eigenen Button Entschuldigung ich war ein bisschen in Rage nee 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 das ist ja willst du was sagen oder willst du mir das Wort übergeben ich wollte noch was sagen wir sind bei 2 Stunden 43 Minuten und ich glaube wir gehen maximal bis 3 3 ist gut das Ding ist so ist nun mal jetzt wie die Welt funktioniert können wir die Welt jetzt so ändern oder nicht das ist die eine Frage wenn wir es können good luck so wie die jetzt so über Jahre Jahrzehnte Jahrhunderte Jahrtausende aufgebaut wurde das heißt das einzige was uns bleibt ist es zu akzeptieren nicht zu versuchen dass wir sie verändern wir können wir können mehr als wir denken ganz sicher meine ich gar nicht jetzt irgendwie mit Pathos sondern ich glaube wirklich wir Menschen sind wir are more powerful than we think das Ding ist Gutheit wurde schon vor tausenden von Jahren entdeckt dass sie überhaupt von moralisch gut und schlecht entscheiden können davor gab es ja nur Realleben überleben oder sterben das heißt es gibt kein gut oder schlecht gut heißt was mich am Leben erhält und schlecht ist was mich dem Tode näher bringt genauso wie das jetzt funktioniert das aufgebaut ist es gibt keine eine Solution und ich glaube da das ist halt so wie wir sind wir als Menschen ja wir müssen irgendwie überleben momentan ist es halt Geld das läuft halt so das heißt entweder wir spielen mit den Spielregeln mit oder wir versuchen es zu ändern und das ist auch wichtig das nochmal festzuhalten also ich finde gar nicht dass Geld irgendwie schlecht ist und Geld machen und Profit der Wirtschaft ist schlecht das ganze Gegenteil ich finde sogar die besten Ideen inhalten sogar die wie sagt man so die Obligation auch Geld zu machen weil wenn wir uns einigen können darauf auf diese marktwirtschaftlichen Prinzipien und für mich sind das eigentlich mikro- und makroökonomisch eine Art von Naturgesetzen die existieren wie physikalische Gesetze Angebot Nachfrage da kann man drüber streiten aber ich sage jetzt mal so meinem einfach ausgedrückten Weltverständnis sage ich mir das gibt einen Rahmen vor auf dem wir uns alle einigen können across cultures across beliefs und so weiter können wir uns irgendwie auf diesen gemeinsamen Nominat sag mal Nominat einigen und sagen wenn es darum geht wir nehmen Geld oder es kann ja auch Bitcoin sein das ist ein ganz anderes Thema nochmal was ja auch interessant wäre noch zu erörtern das reden wir dann wenn ich im Publikum sitze genau wollte ich gerade sagen das kommt zu einer späteren Zeit nicht im Publikum aber in der Bühne da nennen wir das am Tisch am Tisch da würde ich den Misch dazu reden genau da gibt es keinen enthusiastischeren ne genau und das ist auch wichtig dass da Leute die sich da wirklich mit auskennen drüber reden aber ne genau aber ich wollte dir nur sagen wenn wir uns mit Pierre Beck von Fuchs der kommt auch dafür genau das ist ein gutes Crossover Misch und Pitt und noch ein dritter die über und ich die über Bitcoin und Bier reden das ist ja geil Bitcoin und Bier das schaue ich mir von zu Hause aus an sehr gut Bitcoin und Bier okay also das ist jetzt aber wirklich die allerletzte Einladung wenn du jetzt keinen Bock hast zu kommen genau selber schuld dann wissen wir auch nicht ne und deswegen nochmal schnell der folgende Punkt wir können uns darauf einigen dass Geld ein Wertmaßstab ist und ein Bewertungssystem und wir müssen jetzt nur einen Weg finden wie wir dieses System anwenden auf gemeinsame höhere Ziele dass wir sagen wenn ich die Welt das ist wirklich meine persönliche Überzeugung ganz ehrlich ich sehe Unternehmertum Startups ob jetzt Technology oder der Kremalade um die Ecke egal aber ich sage ich will die Welt verändern ich glaube du brauchst im Endeffekt ein Business Model dahinter wo du sagen kannst ich kann zumindest auf eine schwarze Null kommen ich kann so self-sustaining sein weil wie gesagt die Welt aktuell haben wir uns global darauf geeinigt dass das der Standard ist und wenn das der Standard ist dann muss man diesen Standard nutzen für die guten Dinge und ich bin wirklich der Meinung wir können auch den Klimawandel lösen wenn wir Wege finden wie sich damit Geld verdienen lässt was man ihn löst und das ist aber im Endeffekt nur eine Willensfrage eine Überzeugungsfrage und deswegen darauf müssen wir hinarbeiten ich komme mal zu deinem Mikrofon um uns zu zeigen dass ich es sehr schätze dass du deine Meinung hier so wunderbar präsentierst weil ich gebe dir recht ich gebe dir absolut recht das wird auch so sein Moment wenn das Weltkrieg warum warum kriege ich keinen so Klappler ja du musst auch nochmal Ivan drücken das Ding war weil Torge jetzt okay es war wirklich ein sehr wichtiger Punkt der Torge gerade angesprochen hat und ich glaube dass wir wirklich in so einer perversen Situation sind ich bin kein Geldgegner wer ist im 21. Jahrhundert noch bereit über Geld zu diskutieren ich meine Georg Simmel hat das am Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht und er hat über die guten Attribute des Geldes nämlich diesen Nomi-Wahlwert zu schaffen und dann magst du das den universalen Gleichsetzer genannt oh ja der universelle Gleichsetzer wir haben jetzt eine komparative Vergleichs entweder ein Benchmark oder sowas und wenn man in die Geschichte des Geldes guckt war es auch immer nur genau das und es ist sehr organisch entstanden in Zivilisationen und es hat Zivilisationen dazu gedient eben diese spezialisierte Wirtschaft einzugehen eben durch dieses Geld weil es einem erlaubt hat unter anderem es gibt sehr viele Argumente für das Geld unter anderem sich auf ein Teilgebiet zu fokussieren um dann mit dem Umsatz durch Geld die anderen fehlenden Bedürfnisse dann wieder zu kompensieren aber ich finde es sehr zynisch im Endeffekt zu hoffen dass die Rettung der Menschheit irgendeinen wirtschaftlich lukrativen Zweck und Twist noch hatte es ist möglich es ist sehr möglich dass die Rettung der Welt ein Adventure Capital Ereignis sein wird und genau das sehen wir in der nächsten Episode ist das so Ivan war das gut das ist mein Mischpult wieso misst du dich ein du kannst nicht die Button am Mischpult du kannst dich nicht bei Misch ein Misch ist dein neuer Spitzname und den hast du noch Misch bekommen zu einfach reden also wie viele Minuten wie viele bis wann es sind ne aber Ivan danke weil so falsch war das jetzt gar nicht was du da gesagt hast also wir sind bei zwei Stunden 50 Minuten ist die Kamera abgeschmiert ihr seht es ist also noch nicht alles perfekt aber wir arbeiten dran bevor die Show zu Ende ist möchte ich aber Matteo noch gerne ein letztes Mal an die Geige bitten damit der uns noch das Outro spielt aber vorher müssen wir noch den Shot trinken den habe ich schon getrunken du hast ihn getrunken okay Matteo wir zwei müssen noch mal anstoßen bevor du jetzt die Pferdekopfgeige zum Geigen bringst vergeigst nicht du hast einen Titel vergeigst das ist eine Geige danke Prost Prost hier aus dem Borat Becher so und dann möchte ich aber eigentlich den Soundeffekt den ich mir bis zum Ende aufgehoben da hatte für alle die das halt kennen es ist vorhin schon mal gelaufen es ist aus Cyberpunk 2077 ein Spiel das bestimmt auch nochmal Thema von der Sendung werden wird vor allem die Themen die an dem Spiel angesprochen werden das ist der Soundeffekt hier und dann Matteo wenn der jetzt abgespielt ist werde ich dir dann das Wort übergeben auch wenn wir dann immer noch nicht geklärt haben wer nächstes Mal nicht dabei sein wird können wir ja noch auslosen ne wollt ihr es nicht ja wie machen wir das Thema wenn nächstes Jahr Bitcoin ich habe kein Problem nicht dabei zu sein wenn es um Bitcoin und Bier geht muss das denn das Thema nächstes Mal sein oder wir können uns das jetzt nach zusammenbauen dann können wir die Besotzung ja ganz klar ja genau ich glaube das ist ein guter Punkt oder die Leute müssen es ja noch gar nicht wissen das wird eine Überraschung einfach ja aber intern können wir das erklären wir können das erklären wir machen nächstes Mal nichts über Bitcoin und Bier also freut euch schlimmer mal nicht drauf aber wir werden über Kunst und klassische Musik sprechen das war es für heute für die allererste Folge der Sendung die immer noch keinen Namen hat aber das kommt auch bestimmt irgendwann noch in diesem Sinne vielen Dank dass ihr drei Stunden lang mit dabei wart okay dann möchte ich noch ein kleines Liedchen hier am Ende spielen es mag nicht so melodisch klingen für die Menschen die noch kein Gehör für die Ästhetik des mongolischen Kehlkopfgesangs entwickelt haben aber es ist das primäre Lied des Kehlkopfgesangs das erste was man lernt und es geht ausschließlich darum in der Welt die Kunst des Kehlkopfgesangs vorzustellen ich hoffe es gefällt euch und los geht's mitzvahnd auch mitzvahnd ZANG EN MUZIEK Um mir te... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Und nochmal das Pferd zum Abschluss Jetzt muss ich, andere Seite hier Uiuiui So, hier ist es Bis zum nächsten Mal Wir sehen uns in einer Woche Danke für euren Beitrag An meine lieben Gäste Beziehungsweise an Torgis Gäste An Ivans Gäste und an Mottis Gäste Weil wir wissen noch nicht, wer hier Wer ist Der Ja Dieses Format wird kreiert Durch die Menschen Jedes Mal ist jemand anders Der Host und der Gast Alle sind Gast Alle sind Host Goodbye, the people Goodbye Tschüss